So, ich habe anscheinend wieder Beef mit Naitan, obwohl nicht wirklich. Er hat gestern auf mich reagiert und als ich das gesehen habe, als mir das geschickt wurde, habe ich ihn im Chat gefragt, ob wir reden können und wir haben dann tatsächlich gestern bei ihm im Stream noch geredet. Das war tatsächlich ein ziemlich gutes Gespräch, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht. Ich werde das wahrscheinlich noch aus seinem Video-Dio runterladen und dann den jeweiligen Ausschnitt, wo er eben mit mir gesprochen hat, auf dem Zweitkanal hochladen. Aber wir schauen jetzt erstmal drauf hier rein, wie er auf mich reagiert hat. Ich habe tatsächlich erst die letzte Minute davon gesehen. Richtig? Wie wild soll es sein? Moment, wir machen das jetzt. Stufe 1? Ich sage euch nicht, welche Videos. Ich sage nur, wie wild soll es sein. Soll es Stufe 1 sein, Stufe 2 oder Stufe 3? Welche Stufe sind wir? Ich glaube, wir sind Stufe 3, oder? Oder Stufe 2? Sind wir 2? Ich glaube, es geht schon noch schlimmer. Es geht auch weniger schlimmer, aber es geht noch schlimmer. Ultra wild? Stufe 1 ist so, ja, schon ein bisschen wild, ne? Wir sind 2. Stufe 2 ist wild und Stufe 3 ist halt einfach, euer Gehirn wird gesprengt. Ne. Hier wird kein Gehirn gesprengt. 1, 2 oder 3? 3. Chat ist sich einig. 5. Come on. Ah, Abstimmung ist schon da, super. Das ging ja wieder richtig flott. So, wann entscheidet er sich? 84% Stufe 3, ey. Es ist, ne? Es ist kein Scheiß, ich übertreibe nicht oder so, ne? So, ich will sehen, wie das Gehirn jetzt gesprengt wird. Also es sind wir Stufe 3. Ich bin Stufe 3. Ich bin Endlevel. Weil, ich meine, es geht nicht mehr wilder. Was wir hier machen, ist auf jeden Fall auf dem Level von ... Klimaleugnern oder so. Keine Ahnung. Was ist, was ist, was ist ... So, auf dem Level von Flacherdlern. Auf dem Level sind wir. Erst seid ihr dann selber schuld. Ja, ich will sehen, Nathan. Bitte kein Leon Lovelock. Ich bitte dich. Stufe 3 ist doch nicht Leon Lovelock. Wir sind über Leon Lovelock. Chat, ihr seid über Leon Lovelock. Wir sind schlimmer als Leon Lovelock. Offiziell. Leon Lovelock ist doch nicht mal Stufe 2. Was? Wir sind über Leon Lovelock? Fucking Leon Lovelock ist so Stufe 1,5. Was? Wenn andere was anderes behaupten ... Du bist jetzt auch Stufe 3. Hast du bei Aljosha ein Intro gemacht? Nö, nee. Aber ich hab eigentlich so gut wie gar nicht auf das Video reagiert. Ich glaub, das ist kein gutes YouTube-Video. Ich hab die ganze Zeit nur irgendeinem anderen Kram erzählt. Mit euch gequatscht. Ich distanziere mich von euch. Ich auch. Was sagt ihr noch so über mich? Nathan, ein bisschen ablästern, bitte. Wo ist Coach Joel? Coach Joel hat ein Video gemacht, wie man schöne Haare bekommt. Aber ich wette, der erzählt die ganze Zeit, dass man sich permanent Spare-Ribs reinhauen muss dafür. Ja, ja, ich bin im richtigen, Nathan-Stream. Okay, also Stufe 2 ist quasi raus. Das Rennen läuft zwischen Stufe 1 und Stufe 3. Eieiei, Stufe 3 ist immer noch vorne. Ihr habt ja keine Ahnung, wirklich. Ich bin ernsthaft Stufe 3. Also, ich kann jetzt auch erzählen, die Erde ist flach. Und dann würde Nathan mich nicht schlimmer einordnen. Weil schlimmer als 3 geht's ja nicht. Stufe ist von 1 bis 3. Wahrscheinlich ist 0 gut. Nee, 0 ist durchschnittlich. Und 1 ist schlimm. 2 richtig schlimm. 3 bombastisch. Ultra-Fantastilliaden-fach schlimm. Und auf diesem Level sind wir. Hier glaubst du, Stufe 3 ist Leon Lovelock. Seid ihr einfach schief gewickelt. Hä? Wir sind über Leon Lovelock. Wenn du 3 bist, bin ich 10. Genau. Komm mal, Nathan. Ich stelle Props dafür, dass keiner mehr auf diesen ekelhaften Felix... Was für ein Felix-Typ. Ich habe hier irgendwas nicht mitbekommen. So, Nathan, jetzt let's go. Come on. Ja, gut, ne? Ja. Es sieht im Moment sehr nach Stufe 3 aus. Ich habe euch aber gewarnt, ne? Also, ich habe halt wirklich, glaube ich, ziemlich klar gemacht, worum es da geht. Also, das ist halt wirklich... Dass es halt wirklich eure Gehirne schmelzen wird. So. Also, ich glaube, die Inhalte, die jetzt folgen werden, das sind meine Streams, sorgen dafür, dass Gehirne von Nathan-Zuschauern schmelzen. Das hat Nathan gesagt, nicht ich. Und das soll jetzt nicht überheblich klingen. Das war nur ein Zitat. Na gut. Eieieiei! Eieiei! Jetzt bräuchten wir die schusssicheren Westen. Ah! Ah! Oh Gott. Okay, okay, okay. Ich brauche... Let's go, Nathan. Ich brauche erstmal dafür... Oh Gott, ich bin auch wieder spitzenmäßig vorbereitet. Was brauchst du? Ein gewisses Video brauche ich dafür, damit ihr die Vorgeschichte kennt. Weil vielleicht hat es der ein oder andere ja noch nicht mitbekommen. Ah ja, er reagiert jetzt erstmal auf das Original. Ah ja, gut. Nevermind. Hier müssen wir rein starten erst. So. Unterm Strich mittig, ja. Was ich meine? Das ist halt das Problem bei der politischen Einordnung der NSDAP. Okay. So. Über dieses Video hat der große Steuermann sich ein klein bisschen keckig-lustig gemacht und daraufhin gab es ein Gespräch zwischen, wie sollen wir ihn nennen, Raso? Keine Ahnung. Und ihm hier. Hugo. Und das ziehen wir uns jetzt rein. Ich bin's, hallo. Warte mal ganz kurz. Ähm. Jo. Nachschmied, was geht? Schön, dass du reinschaust. Wie heißt der? Arschschmied? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ja. Wie witzig. Neitan, du bist aber ein Witzbold. Was ein Rabauke. Der hat einfach Arschschmied gesagt. Hat er sich nicht getraut. Ernsthaft, oder? Also wirklich. Neitan. Da hast du aber einen rausgehauen. Dann zocken. Und dann sehe ich, dass du hier auf den Shit da reagierst. Und dann sehe ich irgendwelche Leute im Chat, die da auch noch getriggert davon sind. Wie fühlst du dich an, von Karma so ein kleines Shoutout zu bekommen? Ja, wenn's ein Shoutout wäre. Also ich meine, war ja kein Shoutout. Hast du ein Hate bekommen? Nö, nicht wirklich. Also der hat ja meinen Namen nicht gesagt. Ja, stimmt. Ihr könnt übrigens dann gleich, wenn wir fertig sind mit diesen 20 Minuten, könnt ihr mal sagen, ob das wirklich Stufe 3 war oder nicht. Also eure Meinung würde mich da interessieren, ob das wirklich Stufe 3 von 3 gewesen ist. Oder ob ihr sagt, nee, war eigentlich höchstens Stufe 1 oder 2. Also ich sag mal so, das war im Leben nicht Stufe 3. Ich verstehe, dass das anecken kann, aber im Leben nicht Stufe 3. Ich würde sagen, das Allerschlimmste, was ich je sage, ist Stufe 1. Aber vielleicht ist es meiner Einordnung. Das ist ein Vorteil. Ja, eben. Also unterm Strich, denke ich, ist das eigentlich eine ziemlich gute Sache. Es ist lustig. Also ich finde, um ehrlich zu sein, die Aussagen... Ihr könnt auch ab und zu mal so einen Pegel in den Chat schreiben. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt Stufe 1, 2, 3? Wo sind wir jetzt? Das unterschreibe ich auch nicht so ganz, weil ich finde nicht, dass die zwei Extreme bei mittig rauskommen. Also es ist ja... Also in mathematisch gesehen ja. Mathematisch schon, okay. Aber in mathematisch gesehen denke ich nicht, dass es sehr viel Sinn gibt, das so zu formulieren. Ich würde sagen, kommt drauf an, was du mehr gewichtest. Wenn du quasi den kulturellen Aspekt mehr gewichtest, bist du rechts. Also nicht du, sondern dann wirst du die rechts einordnen. Und wenn du den wirtschaftlichen Aspekt bewertest, dann wirst du die links einordnen. Ja. Ja, nee, nee, nee. Ich meine nur allgemein. Es gibt nicht viel Sinn, die Aussage zu treffen, die... Die waren total links wirtschaftlich. Richtig links. Naja, es gab eine gewisse Form der Arbeiterbewegung auch in der NSDAP. Das muss einem einfach klar sein. Die NSDAP hat auch bei der Arbeiterbewegung gefischt. Das hat existiert. Und das ist das, was Nachtschmied meinte. Das Klientel. Ah, safe. Nazis waren... Die haben zwar alles durchkapitalisiert bis ins letzte Loch, aber natürlich waren die links, ne? Klar. Die waren mittig. Also, oder die NSDAP... Ich glaube, es gab nur demokratische Betriebe. Die ganzen Produktionsmittel waren in der Arbeiterhand. Natürlich. Wer kennt nicht? Wer kennt nicht das Dritte Reich? War quasi eine sozialistische Utopie. Außer, dass sie ein bisschen die Ausländer gehasst haben, ne? Wacken Geschichtsrevisionismus auf einem ganz anderen Level, ey. Das A in NSDAP steht für Antifaschismus, muss man wissen. Nein. Also, wie gesagt, über die Aussage von Nachtschmied brauchen wir nicht reden. Ich unterschreibe die ja auch nicht. Aber deswegen habe ich ja kurz mit ihm geredet. Jeder von euch hat... Das ist halt insgesamt, glaube ich, die Aussage wird in der Gesamtheit nicht zu viel führen. Also, die... Ich glaube, das ergibt einfach nicht viel Sinn. Man könnte sagen, es waren Extremisten in alle Richtungen. Das könnte man vielleicht sagen. Ja, okay. So könnte man das formulieren. Und damit meine ich nicht, dass die wirklich linksextreme Politik gemacht haben. Sondern, dass das Klientel auch im extremen linken Spektrum angelagert war. Man hat sich die Extreme aller Richtungen bedient. Also, man hat die abgeholt, um eben an die Regierungsmacht zu kommen. Aber das Ding ist halt... Extremismus in beide Richtungen, ja. Ich mache mal eine andere. Das eigentlich Lustige ist, dass die sich dabei halt... Haha, seid ihr cute. Selber cute. Wirklich schlau vorkommen. Ich habe ja auch... Ich habe mir das 25-Punkte-Programm... Ich habe mir vorgenommen, ruhig zu bleiben. Ich muss ruhig bleiben. Ich habe diese fünf Minuten gesehen, die jetzt noch nicht gekommen sind. Und... Ich war einfach fassungslos. Ich muss ruhig bleiben. Weil wenn ich jetzt nicht schaffe, meine Emotionen zu kanalisieren, dann werde ich halt jetzt einfach gleich 50 Minuten lang durchschreien. Und das will ja auch keiner. Deswegen muss ich jetzt meinen inneren Zen-Mönch... Oh, jetzt nicht den IS-Finger machen. Aha, Vorsicht, Neitern. Muss ich... Wie macht man einen Mönch? So? Den muss ich jetzt irgendwie kanalisieren und dann irgendwie... Oh, komm, Neitern. Ein bisschen anschreiben, beleidigen geht doch. Das wäre so guter Content für mich. ...von den angeguckt im Stream. Dazu habe ich ein Highlight, falls du dir das angucken willst. Wir brauchen Polytopia für eine Einordnung. Ja, steht fest. Kannst du auch dir selber angucken. Ist vielleicht auch ganz witzig. Da hast du die ersten 10 Punkte oder so. Die sind im Endeffekt rassistisch rechts, so wie man es halt kennt. Mit so zwischen den Zeilen so ein bisschen jüdische Weltverschwörung und so. Und danach kommt eigentlich ein Haufen Sozialistischer Scheiß. Ja, ich glaube, so ein bisschen kann man da rauslassen. Ich glaube... Zwar, die NSDAP hat so ein bisschen jüdische Weltverschwörung auch gehabt, aber ansonsten war es sozialistisch. Ja, das war... Ich habe das doch selber gesagt, Neitern. Bitte gib mir die Props, dass ich das noch dazu gesagt habe. Ziemlich klar damals. Aber weißt du, was ich halt meine? Das Ding ist, aus den zwei Extremen ergibt sich eigentlich keine Mitte. Das passiert bei Politik eigentlich nicht. Ja, die Frage ist halt, wo willst du damit hin, auf den politischen Kompass? Wenn du die auf den politischen Kompass einordnen willst, wo willst du die hintun? Die NSDAP, die ist genau in der Mitte. Auf den politischen Kompass kannst du die wahrscheinlich überwiegend auf die Rechte Seite stellen, weil die ja... Weil die gesellschaftlichen... Oh, wir haben eben Kofi reinbekommen. Punkte, die ja im Endeffekt relevanter waren, also für die Wirtschaft... Es waren auch nur gesellschaftliche Punkte. Die haben nicht etwa auch die jüdische Bevölkerung und die migrantische Bevölkerung, die Menschen mit Behinderung und die... Können wir Neitern bitte verbieten, Uwu? Fünf Euro. Danke. Wir haben Menschen einfach auch als Zwangsarbeiter benutzt, die sie dann der Industrie zur Verfügung gestellt haben, damit die Millionenprofite sich in die Tasche, in ihrer sozialistischen Wirtschaftsordnung in die Tasche wirtschaften konnten. Es geht ja nicht darum, ob sie links waren. Also sie waren super hierarchisch. Also das kann man nicht als links bezeichnen. Das Ding ist, ob sie sich als links verkauft haben oder ob sie bei den Linken gut angekommen sind. Oder bei den Linksextremen. Das haben sie nicht getan, außer dass sie das getan haben, aber ansonsten waren die ja nur gesellschaftlich rechts. Hat sich ja dann wahrscheinlich im Endeffekt niemand mehr interessiert, weil die war ja am Ende für alle queere Menschen. Ja, das finde ich auch wild. Manchmal so die Leute aus der Babels sagen so... Ich habe das jetzt nicht... Ich weiß nicht, bei Neitern, der wird bestimmt dazu mehr sagen, aber ich fand es wild. Wer war das nochmal? Irgendjemand aus der Babel meinte so, ja, zum Beispiel die Rechte für Transmenschen, die waren unter Nazis ja gar nicht vorhanden. Hm? Ja, genau das war das Problem. Ja, glaube ich auch. Nazis, die haben Transmenschen misgendert. Also wirklich, das war das Problem. Einfach kaputt. Also sie ist zumindest kein Alleinstellungsmerkmal, wenn du die Partei als solche quasi bewerten wirst. Also ich würde... Ich glaube, da müsstest du... Sind die halt ganz am Recht, rechts oben, würde ich sagen, im Endeffekt, auf dem Political Kompass. Aber du könntest... Ich habe mir mehrere politische Kompasse angeguckt, quasi, wo verschiedenste Ideologien eingeordnet wurden. Und mehrere Quellen haben die in der Mitte oben eingeordnet. Streng autoritär. Ja, streng autoritär, definitiv. Ja, ich kann mir schon gut vorstellen, wer die so eingeordnet hat. Das werden jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt... Guck mal, Chetzo, wenn es selbst Hugo vernünftiger klingt als du. Also, also wirklich, ich klinge wohl immer vernünftig. Okay, Kanäle gewesen sein, die die in den politischen Kompass in die Mitte gepackt haben. Aber... Ja. Also, ich habe mir die Scheiße eigentlich ausgedacht. Ja, 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 klar. Ich glaube aber, dass für solche Extremisten ein politische Kompass schon gar nicht zu viel Sinn ergibt. Möglich, möglich. Man könnte sich aber auch die Frage stellen... Weil das hört ja auch irgendwann auf, sinnvoll zu sein, das überhaupt auf einen politischen Kompass einzuzeichnen. Also, ich verstehe halt, warum die ganzen Linken sich quasi ganz weit von den Nazis distanzieren wollen, wie jeder andere halt. Vor allem in Deutschland ist dieses Bauchgefühl quasi. Ich finde... Ja, ja. Ja, es ist ein Bauchgefühl, dass man sich von den Nazis einfach distanzieren möchte. Also, so ein... Einfach nur ein emotionales Gefühl, was nicht weiter begründet ist. Ähm, quasi ein Bauchgefühl. Man möchte sich irgendwie von diesen NSDAP-Nazis distanzieren. Man weiß... Neitern ist halt irgendwie so, das ist so cringe, dass es wieder lustig ist. Also, warum behauptest du das jetzt? Das hat ja Nachtschmidt nie gesagt. Greif doch Nachtschmidt für die Aussagen an, die er gesagt hat. Ich weiß aber nicht genau, warum. Und deswegen möchten die Linken, die dann auch im politischen Kompass jetzt nicht so unbedingt dahin packen, also nicht unbedingt auf die mittige Seite packen, wo sie ja dann eigentlich tatsächlich hingehören würden. Ich finde das aber... Ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt. Ja. Ein interessanter Punkt. Würde ich schon sagen. Ist ein Punkt. Noch einen Kristallweizen? Ich hab nur einen. Ja, einen. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Ich wünschte, ich hätte einen. Der sagt, ein Rechts... Also, wir sagen... Also, im Rechtsextremen oder im weit rechten Raum gibt es ja viele, die so sagen, ja, die Nazis waren halt links. Mhm. Die Sache ist... Uh, ist dir aufgefallen, dass du gerade mit einem von denen redest? Ist dir das irgendwie... Nein. Also, ich rede auch mit Rechten. Ich rede auch, Leute, die mit Rechtsaußenstehenden. Ähm, mit Rechtsradikalen nicht mehr oder Rechtsextremen. Nachtspiel ist aber definitiv kein Rechtsextremer. Nachtspiel kann in einer Position eine komische Meinung haben. Das heißt nicht, dass er ein Rechtsextremer ist. Und er hat nie gesagt, die waren links. Das hat er nicht gesagt. Das wäre einfach eine Lüge. Er hat gesagt, er kann die nicht ganz... Er kann die nicht den Recht... Er kann die nicht dem reinen rechten Lager zuordnen. Weil die bei den sozialistischen Strömungen auch mitgefischt haben. So habe ich seine Aussage verstanden. Und ich glaube auch, dass er sie so gemeint hat. Irgendwie aufgefallen. Oder du hast es vielleicht einfach nicht gemerkt. Also, links sehe ich die halt auch nicht. Ganz klar. Die Sache ist... Ja, ja, klar. Nee, linksextrem. Das war ja seine Aussage. Die waren ja linksextrem. Nein, nein. Das hat er auch nicht gesagt. Die waren ja... Naja. Aber die Sache ist, eigentlich ist es doch schon fast ein ganz gutes Zeichen zu erkennen, dass... Aber dann halt am Ende in der Mitte, weil sie auch rechts waren. Weil sie zum Beispiel auch Familienwert gelegt haben. Die Leute keine Nazis sind, oder? Also, wenn ein Rechter sagt, die waren links, ist das eigentlich eher ein Zeichen, dass er kein Fan von Nazis ist, oder? Ja. Ja, also kein Fan von Nazis, richtig. Der kann ja dennoch rechts sein. Da hat mir Nathan einfach zugestimmt. Nathan hat mir gerade einfach zugestimmt, dass es ein Zeichen ist, wenn sich ein Rechtsaußenstehender sagt, Nazis waren links, ist das eher ein Zeichen, dass diese Person kein Fan von Nazis ist. Da hat mir Nathan gerade einfach zugestimmt. Das ist wild. Leute. Claps an Nathan. Die Frage ist, aber ist es nicht ganz gute Untertrennung? Das erlaubst du. Richtig. Wenn Rechtsextreme hingehen und sagen, die Nazis waren links, dann tun sie das, weil sie die Nazi-Ideologie eigentlich ablehnen. Und es gibt, mir fällt auch kein anderer Grund ein, warum sie das tun sollten. Okay. Er hat es, er hat es gemimt. Okay. Never mind. Ich dachte, für eine Sekunde Nathan hätte einen Punkt von mir verstanden. Sie tun das nicht etwa zum Beispiel, um beispielsweise die Nazi-Ideologie von sich abzustreifen, während sie genau die gleiche Nazi-Ideologie verfolgen und im Kern eigentlich auch die Nazis ziemlich geil finden. In der Hoffnung, dass es keiner merkt. Und sie dann in neuer Verkleidung ein neues Drittes Reich starten können. Das ist nicht, das wird nicht dahinter stecken. Nein, nein. Das machen die, weil die eigentlich die Nazis doof fanden. Weil sie ja selber Nazis sind, wenn sie die Nazis dann auch doof... Ja, klar. Wovon du dich distanzierst, wenn du dich von Nazis distanzierst. Ich glaube, dass viele Leute nicht wirklich wissen, wofür die NSDPR stand. Also man kennt den Völkermord, man kennt den Krieg, aber man kennt quasi die gesamte, alles davor sozusagen, deren ganze sozialistische Politik. Klar, die waren mehr als das, was jetzt quasi im Endeffekt rauskam. Ja. Also das, was jetzt im Endeffekt... Das ist auch durchaus ein Punkt, den man bringen kann. Natürlich wollen Linke nicht, dass man linke Positionen im Nationalsozialismus erkennt, da sonst die Nazikeule gegen Rechte nicht mehr so wirksam ist. Schau dir vielleicht mal, Sebastian Hafner, warum Adolf Hitler nicht rechts, sondern links war, auf YouTube an. Da hörst du es mal von einer sehr unverdächtigen Person. Semikolon runde Klammer. Ich glaube nicht, dass ich mir das anhören muss, aber... Du musst dich bei mir bedanken für das gute Anschauungsmaterial. Bildung ist wichtig und unser Bildungssystem hat wirklich in vielen Teilen versagt. Ich glaube aber, Hugo... Oh Gott, was ist hier los? Hört bitte auf, die NSDAP in die linke Ecke zu schieben. Das ist komplett lost. Habe ich nie getan. Das habe ich nie getan. Die NSDAP ist eindeutig rechts. Die NSDAP ist nichts anderes als rechts. Per Definition. Wo hat das US-amerikanische Bildungssystem genossen? Also da kann man dem deutschen Bildungssystem nicht so viele Vorwürfe machen in dem Moment. Achso, nicht du, die Leute wie Sturmhaube. Achso, never mind. Sturmhaube ist eine Person, die haut immer mal wieder wilde Meinungen raus. Sturmhaube darf mir weiter zuhören, solange es im Chat nicht übertreibt, aber ich würde nicht alles, was er sagt, unbedingt für 100% wahrnehmen. Das gilt für alle Chat-Teilnehmer, aber Sturmhaube sagt schon speziell noch mal recht wilde Sachen. Bin mir aber nicht sicher, ob die vielleicht auch später erst emigriert sind in die USA. im Endeffekt natürlich auch am schwersten wiegt. Davor ist auch mehr passiert. Natürlich kennt man die relevantesten Punkte, weil es natürlich auch die dramatischsten und schlimmsten waren, aber es ist natürlich ein bisschen komplexer, das ganze Thema. Ja, und du kannst es auch nicht runterbrechen, weil die sich gegenseitig bekämpft haben, kann das ja nicht sein. Du kannst es auch nicht runterbrechen, das waren halt die, die Juden umgebracht haben. Naja, die haben sich schon gegenseitig bekämpft. Die haben den Strasserflügel, also der so dieser Querfrontflügel gewesen ist, nach der Machtergreifung haben sie die halt einfach erschossen und sind die losgeworden. Und die haben... Ja, weil das zeigt ja, dass die ja am Anfang mitgemacht haben, nicht wahr? Das würde jetzt eigentlich die These von Nachtschmied stützen in diesem Fall. Weil wen sollen die erschießen, wenn die nicht mitgemacht haben? Das ist das, was Nachtschmied meinte. Im Vorgehen waren die NSDAP logischerweise nicht links. Das habe ich aber auch nie behauptet. Aber hier beschreibt Nathan so über ein Eck eigentlich genau das, was ich glaube, dass Nachtschmied meinte. Oder das zumindest, was ich meine. Haben Ernst Dröhm erschossen, den Führer der SA, der eben homosexuell gewesen ist. So, also die sind dann, die haben dann schon sich auch innerlich damit beschäftigt, mit ihren Tokens, nur nachdem sie an der Macht gewesen sind. Damit macht man sich halt ein bisschen zu einfach, weil das auch die ganze Inhalte nicht widerspiegelt. Da ist ja noch mehr gewesen. Also natürlich, das ist natürlich das gravierendste, aber das ist ja nicht alles. Ich habe dann noch einen gedanklichen Stunt gemacht, also später dann, nach dem ganzen Video. Ich bin noch nicht bereit für diesen gedanklichen Stunt. Ich muss kurz nochmal channeln. Okay. Okay. Wenn du jetzt vergleichen würdest, quasi, innerhalb des... 13, 12, du, Nathan, darf ich dir ganz ganz vor... Danke für den Follow. Äh, moin, du warst gestern stark im... bei Nathan... Warst gestern... Warst gestern stark bei Nathan, aber ihn wirst du nie abholen können. Ich befürchte es, aber zumindest vielleicht ein paar Zuschauer von ihm. Ich habe... Den Talk danach werde ich auch nochmal explizit, explizit nehmen und auf meinen Zweitkanal hochladen, weil ich fand, das war tatsächlich ganz interessant. Ähm, ich war nicht vorbereitet darauf. Ich habe auch einmal... Was war es nochmal? Ich habe ihm ein falsches Wort in den Mund gelegt. Genau, er möchte... Er wollte... Äh, ich habe... Ich habe einmal faschistischen statt autokratischen Führer gesagt. Das war... Da habe ich mich einmal recht gravierend versprochen, aber ansonsten fand ich den Talk tatsächlich auch ganz gut. Vorsichtig eine kleine Frage stellen. Wirklich eine ganz kurze. Ja. Was für eine abgefuckte Scheiße gucken wir da. Das ist ja Stufe 10. 13. 10, 3. 3. Stufe 3 ist das, ja. Ihr habt gedacht, Stufe 3 ist Leon Lovelock. Ich glaube, Leon Lovelock sagt nochmal ganz andere Sachen. NSDAP und sagen wir mal die Linke. NSDAP und die Linke, okay. Und FDP. Und FDP, okay. NSDAP, Linke und FDP. Habe ich aufgeschrieben? Was glaubst du, welche Partei weiter weg ist von der NSDAP? Ob die Linke oder die FDP weiter weg ist von der NSDAP? Er wird wahrscheinlich sagen, er wird wahrscheinlich sagen FDP, ne, wird er wahrscheinlich sagen. Weil die NSDAP war ja links. Ich will, ich, ich calle, dass er FDP sagt. Linke und FDP. Das ist actually eine gute Frage. Actually eine gute Frage? Also den Rassisten, das ist witzig, weil den rassistischen Teil sozusagen hat keiner mehr drin, ne? Genau, also die FDP, würde ich sagen, ist genauso wenig rassistisch wie die Linke. Ja? Nein, da kannst du ja anders sehen, aber es ist nicht objektiv betrachtet falsch. Du kannst natürlich sagen, die lügen alle. Objektiv betrachtet ist es aber nicht falsch. Würde ich stark bezweifeln. Okay. Würde ich prinzipiell mal sagen, es liegt vielleicht auch daran, dass ich, ähm, dass ich, dass ich mich der FDP eher zugenackt fühle als beispielsweise der Linken, aber ich würde sagen, die haben eben schon beide nicht drin. Ähm. Sie haben es beide nicht im Wahlprogramm, das kann man sagen, ja. Die haben es beide nicht im Wahlprogramm, aber ich glaube, der internalisierte Rassismus aufgrund von Machtgefällen und dem, der kapitalistischen Ausrichtung der FDP ist, wird bei der FDP um einiges weiter verbreitet sein als bei der Linkspartei. Ist erstmal eine Unterstellung. Kann Leiter natürlich so haben, als jemand, der die FDP für sich komplett ausschließt und gegen die ist. Kann er natürlich erstmal so unterstellen. Aber auch bei der Linkspartei gibt es Rassismus. Ja, ja. Aber den wird es, bei den wird man, bei der FDP wird man den deutlich, ähm, schneller und eindeutiger finden können. Weil der Kapitalismus und diese kapitalistische Grundeinstellung sehr eng verwandt ist mit der kapitalistischen Ideologie. Ja, also Hierarchien, Überlegenheitsgefühl, man ist, äh, den, man hat sozusagen, wenn man Geld hat, wenn man reich hat, hat man sich das verdient und dann ist, das ist nicht rassistisch. Also, harter Kapitalismus ist nicht rassistisch automatisch. Das, ist, ist ein Unterschied. Und außerdem ist die FDP auch nicht für einen freien Markt. Das ist die AfD. Die ist für einen ziemlich komplett unregulierten Markt. Zumindest Teile der AfD oder große Teile, überwiegende Teile. Das ist in der FDP nicht überwiegend. Einfach besser als die anderen. Man macht eine neue Kategorie, also macht ein, nicht eine neue, ist ja keine neue Kategorie, aber macht eine, eine andere Kategorie als der Rassist auf, um sich überlegen zu fühlen, nämlich den Reichtum. Und im Prinzip wird das ja bei ähnlich begründet. Aber ist aber immer noch auch mit so einem Sozialdarwinismus. Dass man sagt so, der Stärkere wird sich durchsetzen am Markt und der wird dann eben reich werden und der Schwache, der Faule, der wird eben arm bleiben. Und der ist aber dann eben unterlegen. Und deswegen wird man natürlich in so einer Partei, die so auch in diesen hierarchischen Strukturen denkt und in diesen sozialdarwinistischen Denkschulen unterwegs ist, mehr Rassisten finden. Simmlich sicher. Aber vielleicht könnte man einfach sagen, dass beide Extremisten, die dann feiern werden, eher. Also vielleicht gerade, wenn man das wieder der Arbeiterbewegung damals gut verkauft. Weil ich würde sagen, die NSDAP war nicht links, weil die ja Hierarchien gefördert haben. Aber die haben zumindest am linken Rand auch gefischt. Und das wäre ja dann wieder das, was auch passieren könnte. Kann sein, ja. Ich tue mich ein bisschen schwer damit, mit Autorität. Das hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Und hier hat Nathan mir nicht mal widersprochen. Können wir das einmal festhalten, dass mir Nathan bei einem ganzen Satz nicht widersprochen hat? Autorität oder Autorität oder Hierarchien, strenge Hierarchien seien irgendwie rechtsexklusiv. Das sehe ich irgendwie nicht so richtig. Nee, die sind realistisch. Passiert das immer. Ich meine, guck dir an, was war so Stalin. Also da gab es nicht keine Hierarchien plötzlich. Ideologisch, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der Märchenkommunismus in einer Märchenwelt funktionieren würde, dann würde der quasi keine Hierarchie anstreben. Und das wäre quasi von dem Ideologischen Moment. Hierarchien sind inhärent rechts. Nee. Hierarchien sind nicht inhärent rechts. Es gibt Gründe für, also unbegründete Hierarchien sind inhärent rechts. Also Hierarchien, einfach der Hierarchie wegen. Einfach nur Hugo, echt Respekt, dass du seriös versuchst, das dem Jungen zu erklären. Ich habe einfach nur gelacht und war weg. Ja, natürlich. Ich glaube nämlich Sturmhaube, Sturmhaube, lol, Nachtschmied, das sind zwei andere Leute. Nachtschmied ist zu retten. Also der ist nicht irgendwie verloren oder so. Was heißt zu retten? Der ist nicht einer, der sagt, ja die waren links und die Erde ist flach, wie Karl das gesagt hat. Nachtschmied ist niemand, der so einer ist, der ist halt ein Schwurbeler und da kann man nichts machen. Das ist nicht der Fall bei ihm. Das erkenne ich bei ihm noch nicht. Nur, ich habe jetzt zwei Milliarden geerbt, deswegen bin ich dir überlegen und kann mit dir machen, was ich will. Du arbeitest für mich im Supermarkt, ich habe eine Supermarktkette geerbt oder so, du arbeitest für mich im Supermarkt in der Kasse und ich kann jetzt tun mit dir, was ich möchte. Ich kann dein Gehalt kürzen, ich kann dir schlechtere Arbeitsbedingungen machen, ich kann dich rausschmeißen, auf die Straße setzen, ich kann jetzt einfach mit dir tun, was ich will. Unbegründete Hierarchie einfach. Linke Hierarchien funktionieren immer nach, also man muss sie begründen, man muss sagen, warum gibt es diese Hierarchie, hat sie eine funktionelle Daseinsberechtigung, braucht? Also mein Problem ist halt, ich glaube nicht, dass es funktionieren kann, dass man einfach aufhört, Hierarchien zu haben. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht. Du brauchst jemanden, der kontrolliert, dass es keine Hierarchien gibt und das ist meiner Meinung nach die größte Hierarchie dann. Man sie und gibt es dafür einen Grund, wie zum Beispiel eine Kompetenz. Also wenn jetzt zum Beispiel nehmen wir an, Leute arbeiten in irgendeinem handwerklichen Beruf und eine Person weiß am besten, wie man die handwerkliche Arbeit auszuführen hat. Klar, Linke unterscheiden, das stimmt auch, im Normalfall zwischen Kompetenz und ungerechtfertigten Hierarchien. Das Problem ist nur, welche Hierarchie kümmert sich darum, dass es keine Hierarchie gab, dass es keine Hierarchie mehr gibt. Und wer zerstört die Hierarchie, die sich aufbaut? Also wenn sich eine Hierarchie dann aufbaut, wer kümmert sich darum, dass die zerschlagen wird? Wer macht das? Weißt es sehr viel besser als die anderen? Dann sollte diese Person den anderen Anweisungen geben können, damit sie besser arbeiten können. Dann sagt, okay, es wird erstmal dieser Arbeitsschritt gemacht und dann dieser Arbeitsschritt und so. Und das sind dann Hierarchien, Kompetenz-Hierarchien und notwendige Hierarchien in bestimmten Kontexten, die notwendig sind, die aber dann aber natürlich immer mit einem Klassenbewusstsein unterlegt sind, dass man sagt, du bist jetzt deswegen nicht besser oder schlechter als Mensch oder so. Und du kannst dir jetzt auch nicht irgendwie rausnehmen, dass du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, dich einfach deswegen überlegen fühlen kannst oder den anderen unterdrücken kannst, auch in anderen Bereichen oder sonst irgendwas tun kannst. Nein, das natürlich nicht. Da geht es einfach nur. Ich verstehe das schon, das ergibt schon Sinn, was er da sagt. Das Ding ist nur, dass ich daran halt nicht glaube, dass das so entstehen kann, aber. Warum, dass das natürlich etwas ist, was man dann auch freiwillig eingeht, weil in der linken Utopie gibt es ja keinen wirtschaftlichen Zwang mehr und dann würde man freiwillig sich einer solchen Kompetenz-Hierarchie unterordnen, einfach weil sie sinnvoll ist. Und wenn man merkt, okay, ich möchte doch nicht unter dieser Kompetenz-Hierarchie arbeiten, dann geht man eben wieder raus. Und was ist, wenn dann die Leute nicht mehr arbeiten? Nein, dann? Aber was ist, wenn es dann genug Leute gibt, die dann vielleicht keine Lust mehr haben zu arbeiten? Ich meine, irgendwann funktioniert es doch nicht mehr. Man weiß es ja nicht. was ist, wenn die Betriebe nicht ordentlich funktionieren und deswegen die Leute sich freiwillig entscheiden, nicht mehr zu arbeiten, weil das ohne einen hierarchischen Aufbau in einem Unternehmen nicht so gut klappt. Da werde ich jetzt natürlich die ganzen Polytopia-Führer hier verärgern, aber ich glaube da nicht dran. Hierarchien haben ja durchaus auch eine Funktion in gewissen Kontexten. Ja, also meine Übersetzung in die Praxis wäre, wie willst du eine Gleichheit, eine Uniformität über deine gesamte Zielgruppe hinweg erreichen ohne Autorität? Meiner Meinung nach gar nicht. Das Ding ist, wenn du die Autorität zurücknimmst, werden sich extreme Unterschiede auspringen. Wenn du diese Unterschiede verhindern willst, brauchst du... Aber das ist nur eine These von dir. Das ist eine Meinung von mir. Ja. Die lässt sich nicht komplett widerlegen oder komplett verifizieren. Es gibt Dinge, die darauf hindeuten und es gibt Dinge, die dagegen deuten. Autorität. Ja, ich glaube, also das wäre, also quasi das Linkste wäre eine Anarchie, aber die kommt ja darin raus, dass du im Recht des Stärkeren endest und sich der durchsetzt, der, der, der die stärkste... Eine Anomie. Der die stärkste Form der Hierarchie quasi auslebt. für sich. Also der, die stärkste Gewalt befürwortet und so weiter. Ja, das können nur Leute sagen, die durch und durch kapitalistisch gebrainwashed sind. Der Mensch ist das Menschen Wolf. Der Mensch wird dem Menschen immer alles neiden und alles kaputt machen wollen, wenn er nur kann. Das heißt natürlich, in einer herrschaftsfreien Welt wird sich auf jeden Fall sofort jemand hinsetzen und, ähm, die anderen Menschen so gut es geht, werden alle versuchen, einander zu unterwerfen. Klar. Während das ja beobachtet ist, dass, äh, in, ähm, indigenen Völkern es eben keine, äh, kapitalistischen Strukturen gibt. Aber hierarchische Strukturen, also indigene Völkern kommen selten ohne einen Anführer aus. Erzähl mir mal, wie viel funktionierende anarchistische, ähm, Gesellschaften es gab. Es gab so, wer in Spanien mal für eine ziemlich kurze Zeit, aber in indigenen Völkern gibt es meistens einen Anführer und der entscheidet dann, was die anderen machen. Also, so wie Nathan das hier gerade erklärt, stimmt das halt auch nicht. auch nicht ganz. Bald die 2000 Follows voll. Noch zwei Follows fehlen. Sondern eher anarchistische Strukturen. Teilweise gibt es aber auch, äh, Hierarchien. Zudem ist es auch ein Unterschied, wie groß die Gruppe ist. Indigene Völker sind meistens relativ klein. Ne? Aber teilweise auch, äh, sehr flache Hierarchien. Was anderes behaupten. Und, ähm, Danke für den Follower. Ja, die töten sich da nicht die ganze Zeit untereinander. Wer möchte ja 2000 sein. Und versuchen einander alles wegzunehmen, sondern teilen alles miteinander solidar. Hat Nathan hier eine Mordstatistik für indigene Völker jetzt rausgekramt, oder was? Also, ich weiß nicht, wie hoch die Mordraten da sind. Ich schätze mal ein bisschen höher, aber liegt halt daran, dass es da meistens auch einen Anführer gibt, der dich dann umbringt, wenn du einen anderen umbringst, oder so ähnlich. Also, so ganz ohne Hierarchien kommen die meisten indigenen Völker, die ich jetzt kenne, auch nicht aus. 2000 voll. Danke euch allen. Sehr, sehr krass. Wahrscheinlich. Vielleicht ist der Mensch gar nicht so schlimm, wie der Kapitalismus uns das Glauben machen möchte. Ein gutes Beispiel dafür, habe ich jetzt mit Marina drüber geredet heute, ne, gestern war es, glaube ich, ist, äh, sind Kitas. Tatsächlich. Wie, wie, wie wir kapitalistisch gebrainwashed sind. Mach den Mund mehr an. Raus, Alter. Mach raus. Lixen. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Lixen. Nein. Matsumotaki, vielen, vielen Dank für den, äh, Subgift. Danke dir vielmals. Also, wie wir kapitalistisch gebrainwashed sind. Naja, ne Kita ist aber auch nochmal ein kleinerer Bereich. Also, ich, 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 es kann natürlich darauf hindeuten. Aber ich würde anfühlen, Kita sind meistens weniger Leute. Es gibt in Kitas auch eine Hierarchie, und zwar, wenn die Kinder sich da anfangen, gegenseitig umzubringen, kommt ein Erzieher hin und kümmert sich darum, dass das aufhört. Ich würde das schon als ziemlich steile Hierarchie bezeichnen. Glückwunsch zu 2000. Du bist einer der ganz Großen. Das merkt man definitiv. Danke. Ich glaube, das wird jetzt von Nathan wahrscheinlich gemimt, aber, äh, danke. Also, ich, ich finde nicht, dass man in der Kita merkt, dass es eine komplett funktionierende auf große übertragbare, ähm, hierarchiefreie Anarchie ist. Dass wir, äh, dass wir, äh, eben in diesem Der Mensch ist des Menschen Wolfs, äh, Geschichte die ganze Zeit denken. Wir denken die ganze Zeit in diesen Strukturen. Weil in den Kitas ist es so, dass ständig alle krank sind. Warum sind ständig alle krank? Weil die Eltern ihre Kinder krank in die Kita geben. Warum geben die Eltern ihre Kinder krank in die Kita? weil sie arbeiten gehen wollen oder einfach ihre Ruhe zu Hause haben wollen oder eben die Vorteile des kinderfreien Vormittags, Nachmittags genießen möchten. Auf welche Art auch immer. Das heißt, die Eltern haben folgendes Denken. Ich finde übrigens auch, das ist tatsächlich ein Ding, ich finde auch, dass, äh, Kinder krank in die Kita geben ist absolut, ist absolut, ähm, falsch. Ich kann nicht verstehen, wie man das machen kann. Und ich finde auch, dass Kita zu früh ist und zu normal ist. Ich würde mir auch wünschen, Eltern könnten mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen. Zumindest ein Elternteil sollte, sollte zumindest mal nicht Vollzeit arbeiten müssen, ähm, damit man eben mehr Zeit für seine Kinder aufbringen kann. Bin ich absolut dafür. Wenn ich mein Kind in die Kita gebe, wenn es krank ist, dann kann ich für mich den maximalen Vorteil rausholen. Äh? Ich bin sozusagen der größte Wolf in dem Moment. Für, für meinen maximalen Vorteil gebe ich mein Kind in die Kita. Lasse ich mein Kind zu Hause, dann werden mich die anderen Wölfe fressen, weil ich meinen Vorteil sozusagen freiwillig aufgebe. Ich gebe meinen Vorteil freiwillig auf, mein Kind geht nicht in die Kita, ich muss zu Hause bleiben und es fliegen. So. Jetzt denken alle Eltern so und deswegen haben sie alle unterm Strich den maximalen Nachteil. Was anderes behaupten. Danke für den Verlust. Weil sie alle andauernd krank sind, weil permanent irgendein krankes Kind in die Kita kommt. So, das wäre jetzt, jetzt hat Nathan gerade seine eigene These widerlegt. Jetzt macht er wahrscheinlich den Bogen und sagt, wären wir nicht in diesem bösen Kapitalismus, dann wäre das nicht so. Aber das ist erstmal nur eine Annahme von Nathan. Ob die so stimmt, ist wieder eine andere Sache. und sie quasi so ziemlich alle Krankheiten abbekommen, die man im Winter so bekommen kann. Während wenn alle Eltern den Gedanken, der eigentlich glaube ich der menschliche Gedanke ist, den Solidaritätsgedanken hätten und sagen würden, ich lasse meinen, also nicht den kapitalistisch neoliberalen Gedanken. Aber warum ist das der eigentliche Gedanke? Wie kommt man darauf? Den Gedanke, den Hugo gerade in seiner Berne hat, den der Mensch ist das Menschen-Wolf Gedanken in ihrer Birne hätten, sondern den solidarischen Gedanken, den eigentlich menschlichen Gedanken, dann hätten alle sehr viel mehr. Warum ist das der eigentlich menschliche Gedanke? Begründe Nathan. Warum ist das der eigentlich menschliche Gedanke? Erklär mir das. Oder ist das jetzt einfach eine Annahme von mir? Du sagst, ist so, ich sag es nicht so. Wer von uns beiden hat jetzt die richtige Annahme objektiv gesehen? Ja, davon, weil es sehr viel weniger Ansteckung geben würde und unterm Strich alle sehr viel weniger krank wären und dann unterm Strich auch alle sehr viel mehr die Vorteile der Kita genießen könnten und die Einschränkungen durch permanente Krankheit vermeiden könnten. Hätten sie den Solidargedanken, haben sie aber nicht, weil sie neoliberal, weil sie neoliberal geprägt worden sind und neoliberal denken. Also es ergibt ja schon so. Und dann müssen wir halt gucken, reden wir, also reden wir von etwas staatlich gemachtem, weil wenn wir keinen Staat haben, der das alles einlotet, sage ich mal, reden wir nicht von Sozialismus. Sozialismus heißt, wir haben da irgendwie etwas, ein höheres Konstrukt gebaut, das wie ein Staat im Endeffekt über seine Einwohner entscheidet. Ja, also wir haben einen Staat im Sozialismus, ja, also im Sozialismus gibt es einen Staat. Dieser Staat wird dann im Optimalfall durch seine Einwohner legitimiert, klar. Wenn wir dieses Gebilde nicht haben, also in einer Anarchie wäre ja kein Sozialismus so gesehen. Es wäre vielleicht irgendwie links, aber das wäre jetzt nicht das, was ich unter Sozialismus verstehe. Aber ich sage mal so, eine Anarchie wäre das Linkeste, nur das Ding ist, eine Anarchie... Nein, das Linkeste wäre Kommunismus. Nein, eine Anarchie wäre das Linkeste. Nathan hat... Nathan hat hier keine Ahnung. Eine Anarchie kann nur nicht existieren. Eine Anarchie wäre das Linkeste, das heißt, niemand hat Macht über irgendjemand anderen. Chad, auch an alle Linken hier, ist eine Anarchie das Linkeste. Nein, ich glaube, also eine Anarchie eine Anarchie hat ja im Prinzip also eine... So. Chad sagt ja, nein, denke schon, ja, nein, ja, ja, jo, keine Ahnung. Definiere mal Links. Links ist der Abbau von Hierarchien. Und die wenigsten Hierarchien gibt es in einer Anarchie. Das Problem ist, dass eine Anarchie nicht existiert. Anarchie an sich erstmal kann ja auch, wenn sie kapitalistisch geprägt ist und damit sich selber sofort wieder abschaffen würde, weil sie zu einer anarcho-kapitalistischen Dystopie werden würde. Naja, in gewisser Weise nutzen. Genau. Genau. Aber in dem Moment, wo sie sich, wo sie eine Anarchie wäre, wäre es links. Das Problem ist, die zerfällt sofort. Das ist wie so, das ist, keine Ahnung, kann man wie so Atomteile vergleichen. Die können auch nicht lange existieren, also die können gar nicht existieren. So wie so ein Teilchen, das sofort zerfällt. Existiert nicht. Ich glaube, dass das nicht, ach, das ist nicht, ach, Neitern hat nicht dieselbe Definition von links. Was ist Neiterns Definition von links? Was ist die nach Wikipedia und allem? Was hat er für eine Definition von links? Gendern und Regenbogenflagge? Ich habe meine Mitarbeiter aus, weil ich zahle denen ziemlich wenig im Verhältnis zu dem, was sie mir einbringen. Sozialismus ist wenn Staat. Richtig. Ne, Sozialismus ist wenn kein Staat, aber Staat. Das war die Aussage, glaube ich. Heeresflieger, danke dir für den Vierten. Er hat gesagt, Sozialismus ist wenn kein Staat, aber es gibt ein übergeordnetes Konstrukt wie Staat. Also es gibt kein Staat, aber ein Staat. Ja, das ist ein großer Denker. Das hat er doch nie gesagt. Er hat gesagt, der Wunsch wäre alle Hierarchien abzubauen, aber dafür braucht man ja irgendeine Hierarchie, die sich darum kümmert, dass die alle abgebaut werden. Das meinte er. Also Anarchie benötigt Menschen, die Anarchie verstanden haben als Bürger der Anarchie, beziehungsweise sie werden ja dann keine Bürger mehr, aber als Anarchisten. Die müssen verstehen, was Anarchie ist und Anarchie leben. Das heißt, für eine anarchistische Gesellschaft müssen alle einfach Anarchie leben. Dann funktioniert's. Okay. Gesellschaft müssten mir noch einen sehr, sehr langen Weg laufen. Und ich glaube, dass der Kommunismus eigentlich das linkere und bessere System ist. Oder Gemeinschaft. Redet da mal mit Gregor-Politik drüber. Also Gregor sagt, wer einen staatlichen Kommunismus fordert, kann per Definition nicht links sein. Sogar Gregor sagt das. Mein linker Kollege Gregor. Gemeinwohlökonomie, wie auch immer man es nennen möchte. Anarchie funktioniert nicht. Anarchie ist etwas, das kann theoretisch existieren, aber praktisch nicht. Doch, Anarchie kann praktisch existieren. Braucht aber Leute, die Anarchie auch verhalten. Wo? Kann praktisch existieren, wenn die Menschen sich so verhalten, wie ich mir das wünsche. Ja gut. Verstehen und leben können. Kennst du Libertäre? Ja, ich kenne Libertäre. Würdest du die Rechts sein halten? Es gibt Rechts- und Links-Libertäre irgendwie. Okay. Endet halt schon wieder im Ding von, der eine glaubt daran, dass das, was dabei rauskommt, links ist, und der andere glaubt, dass das, was dabei rauskommt, rechts ist. Gregor ist Vogue und nicht links. Gregor ist Vogue-Links, würde ich sagen. Er ist auch links. Das hat mit Glauben nichts zu tun. Anarchie-Kapitalisten und Libertäre sind rechts, weil sie eine uneingeschränkte Herrschaft haben. Jake, warum hat er jetzt einen Time-Out bekommen? Was hat der das mit Vogue und Dings würde ich zustimmen? Das ist schon Quatsch. Linke sind so lange gegen Hierarchien, wie sie nicht die Macht haben. Möchtest du ernsthaft den Proletopia-Take bringen, dass die Sowjetunion und DDR rechts waren, weil Macht und Hierarchien und so. Die Links und Rechts einzig und allein auf der Liberalismus-Autoritarismus-Achse auszumachen, ist schon arg simplifiziert. Nein, das tue ich nicht. Ich würde sagen, die DDR und Sowjetunion haben sich als Links verkauft, aber waren im Endeffekt rechts, weil sie super hierarchisch waren und die einzelnen Leute ja gar keine Macht mehr hatten und von oben regiert wurden, was per Definition nicht links sein kann. Für mich kann links nur per Definition nicht existieren. So viel unterscheidet Proletopia und mein Denken gar nicht. Der Unterschied ist nur, Proletopia glaubt das, ich nicht. Aber Sturmhaube, beispielsweise der Schattenmacher, der stimmt da auch zu. Ich glaube, so jemanden feierst du bestimmt. der stimmt da auch ziemlich zu. Rechte Flügel der FDP oder dieser sehr rechte Teil der FDP zu Ende gedacht. Deswegen Anarchokapitalismus ist ein Widerspruch in sich. Es gibt keinen Anarchokapitalismus, es gibt keinen herrschaftsfreien Kapitalismus. Kann es nicht geben, weil da herrscht ja das Kapital. Und zwar uneingeschränkt. Die sind immer rechts. Die sind auch fast immer Rassisten. Die sind auch, wenn man sich das anguckt, was die so aufschreiben, am meisten hassen sie arme Menschen, aber dann sind sie meistens auch rassistisch und wünschen sich dann auch alte Werte und so weiter. Nennen sich dann Paleo-Libertäre und so. Wollen dann die Frauen wieder einen Herd ketten und so weiter. Aber der Markt soll dann für die Männer ungeregelt sein. Wer möchte Frauen an Herd ketten? Die müssen den Rest vom Haus putzen. Hallo? Hat der das noch nicht verstanden? Im Endeffekt wollen das die beide, weil sie glauben, sie kommen damit an ihr Ziel. Und die Einordnung ist ja eigentlich auch so ein bisschen seltsam, weil du ja schon im Bundestag im Endeffekt Schwierigkeiten hast, die Leute richtig einzuordnen. Du musst ja halt irgendwie einen Aspekt aussuchen, den du dann halt am ehesten gerichtest. So, ob die CDU jetzt quasi rechter ist als die AfD oder so, da könnte man ja einen gewissen Punkt drüber streiten. Okay, also die moderne CDU, ja, aber wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen, die Konservative... Ob die CDU jetzt rechter ist als die AfD, kann man drüber streiten, ja. Nee, kann man nicht. Muss ich ehrlich sagen, da habe ich ja auch widersprochen. Nein, kann man nicht. ... die CDU nehmen würdest, die halt tatsächlich noch irgendwie kirchliche Werte gepredigt hat und so, ne? Müssen sie erst mal drüber streiten, ob von Papen oder Hitler jetzt rechter gewesen ist, ne? Die wird wahrscheinlich, also die Vergangenheits-CDU wäre wahrscheinlich rechter noch als die AfD oder so. Es sei denn, du guckst halt auf die... Ja, und dann gibt es ja wieder verschiedene Sachen. Konservativ, also CDU, ich würde sagen, ich würde sagen, vielleicht konservativ ein Teil. Weil es gibt ja dann verschiedene Punkte. Konservativ, dann gibt es diese Sache mit den Hierarchien, es gibt diese Sache mit Kapitalismus. Es ist alles auf so vielen verschiedenen Ebenen. Ich würde auch sagen, CDU und AfD, ich würde die CDU natürlich weniger rechts einordnen als die AfD. Ganz klar, die AfD ist deutlich rechter. Aber auf verschiedenen Ebenen kann man das nochmal verschieden differenziert betrachten. Es ist vielleicht ein bisschen zu vereinfacht gesagt einfach. Oder besser gesagt, äh... Ich glaube, hier liegt eine gewisse Überforderung vor. Ich glaube, ich glaube, Politiktheorie ist nicht für jeden was. Manche Leute sollten davon einfach die Finger lassen, ne? Neidern zum Beispiel. FDP und CDU. So einfach vielleicht so... Keine Ahnung. Guck mal, Das könnte man für einen Test machen. Einfach sagen, ist die NSDAP rechts oder links? Und wenn man dann irgendwas anderes als... Also von Papen hat es den größten Nazi... Die NSDAP war per Definition rechts. Ende. Ja. Hitler den größten Nazi... Bei der Frage. Genau. Ich glaube, die Links-Rechts-Zuordnung ist hier ganz klar. Ja. Korrekt. Korrekt, korrekt. Einfach... Also, als Test einfach sagen, okay, ist die NSDAP rechts oder links? Und wenn dann einer sagt links oder mittig oder rechts, anstatt zu sagen, das sind Nazis, also wenn einer irgendwas sagt, rechts, links oder mittig, und nicht einfach nur sagt, das sind fucking... Ach so. Ich darf nicht rechts sagen. Ja, ja klar. Das waren Nazis. NSDAP Waren Nazis. Rechts... Okay, never mind. Sorry, Nathan, ich dachte, ich sage hier ausnahmsweise mal das Richtige. Die Frage dann wäre, ja, wo ordnest du Nazis auf dem Political Compass ein? Und die wären per Definition rechts. Aber natürlich rechts außen. Ganz im rechten absoluten Extrem. Hardcore Nazis gewesen. Kann man die Frage einfach mit Ja beantworten. Ich auch. Möchte ich auch machen. Sonst gibt es nur falsche Antworten. Die ganze Welt angezündet haben. Wenn das, wenn irgendwer eine dieser drei Aussagen trifft, einfach sagen, lass bitte die fucking Finger von Politiktheorie. Einfach die Finger davon lassen. Mach irgendwas anderes. Kümmer dich um, was weiß ich, guck Natur-Dokus oder so, oder Arte-Dokus über Kamelmilch oder so. Aber lass Finger von Politiktheorie. Vielleicht leichter zu vergleichen. Wenn man die AfD da rausnehmt, wenn wir nehmen CDU und FDP. Ich glaube, der einzige Grund, warum CDU weiter rechts sitzt, als die FDP, ist halt, weil die halt irgendwie noch ein bisschen, ähm, also kulturell praktisch konservativer sind. Ich würde sagen, ich würde sagen, ich persönlich würde sagen, die FDP... Es wurde noch überhaupt nicht aufgelöst, wer weiter entfernt von der NSDAP ist, ob es die FDP ist oder die Linke. Dazu kommen wir noch, Nathan. Immer mit der Ruhe. Mir hat die Auflösung gefehlt. Hatte mich sehr interessiert. Es ist eine, ist eine eher linke Partei. Also nicht in Bezug auf Kapitalismus. Nee, in Bezug auf Kapitalismus und Wirtschaft würde ich die eher rechts anordnen. Und was Gesellschaft angeht, eher links. Kapitalismus eher rechts. Ja, ja, richtig. Ähm, wo ich mich dann aber frage, welche Partei im Bundestag, abgesehen von der Linken, ist dann da nicht rechts? Naja, das ist halt immer eine Frage von deinem Standpunkt, Nathan. Wenn du bei der Linken stehst, dann sind für dich alle anderen rechts. Wenn du bei der FDP stehst, sind für dich alle, die weiter links sind, links. Wenn du bei der AfD stehst, sind alle links, beziehungsweise sind alle anderen links von dir. Also das ist ja nur eine Frage von deinem eigenen Standpunkt. Die sind ja vom Kapitalismus. Für den AfD-Wähler oder für den AfD, also für einer, der bei der AfD ist, sind dann alle im Bundestag links. Kapitalismus eher alle rechts, weil alle wollen Kapitalismus. Die Linkspartei ist die einzige Partei, die demokratischen Sozialismus in ihrem Wahlprogramm stehen hat. Kapitalismus, ja. Das ist ja kein Alleinstellungsmerk. Ich habe wirklich mal ein Wort falsch ausgesprochen. Müsst ihr euch mal merken, womit ich angegriffen werde hier. Das beste Argument gegen mich scheint aktuell zu sein, dass ich anscheinend Kapitalismus ein bisschen komisch ausgesprochen habe. Also da kann man wirklich überheblich werden, wenn das die besten Argumente gegen einen werden. Und die FDP gesellschaftlich als links einzuordnen, ist das auch irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil die FDP jetzt zum Beispiel gegen das Demokratiefördergesetz vorgegangen ist und das Demokratiefördergesetz versucht zu verhindern, weil, Linda Teuteberg hat es ja gesagt, sie Sorge haben, dass damit Organisationen unterstützt werden, die für Vielfalt einstehen. Und zum Beispiel, Zitat Linda Teuteberg, solche Dinge behaupten, wie es gäbe mehr als zwei Geschlechter. Es gibt auch nur zwei biologische Geschlechter. Das hat sogar, Gregor hat gesagt, es gibt nach 3G nur zwei biologische Geschlechter. Es gibt mehr Geschlechtsausprägungen und Geschlechtsausprägungen können wir tatsächlich als Spektrum betrachten. Aber biologische Geschlechter gibt es zwei. Wo ich mich dann frage, wo ist das jetzt nochmal genau gesellschaftlich links? Schwierig. Gesellschaftlich links, nicht gesellschaftlich links extrem oder extrem progressiv. Aber prinzipiell eher progressiv. Ich finde es halt auch irgendwie witzig, wenn dann irgendwie ein Neidhan die FDP völlig rechts findet und die NSDAP, die sich mit der FDP ja praktisch auch geprügelt hätte, weil das sind ja die Kapitalisten. Die sind dann aber auch rechts. Aber es ist dann nicht mehr ein Ding von die Mitte? Völlig verrückt, ne? Also, dieser Neidhan hat gesagt, die FDP ist rechts und dann aber auch die linke NSDAP, die hat da auch gesagt, die ist auch rechts. Obwohl die sich ja mit der FDP geprügelt hätte. Ja. Obwohl natürlich die FDP zu einer gewissen Zeit auch nur eine umformierte NSDAP war. Also, es gab eine Zeit, als zudem die Mitglieder der FDP sehr, sehr, sagen wir mal, eine sehr, sehr schlechte Vergangenheit hatten und die eine Zeit lang auf jeden Fall auf jeden Fall anders war als jetzt. Er denkt halt wirklich, die NSDAP sei links, ne? Nein. Das hat er auch nicht gesagt, aber gut. Ich stimme der initialen Aussage von Nachtschmied hier aber nicht zu. Es geht hier eher darum, wer Umsturz möchte und wer eher an das System glaubt. die NSDAP sei links. Das ist, glaube ich, wirklich das, was er denkt. Nein. Danke für den Wort. Was andere behaupten. Das muss man wirklich erst mal verstehen. Weil diese großartige Gedankenleistung, diese Neuronen, die da in seinem Kopf einfach hin und her fliegen, diese Gedanken aufzuschnappen, das schafft man erst mal nicht, ne? Ja. Atme den Schmerz weg. Ich bin wirklich selber schuld, dass ich gesagt habe. Aber es geht doch darum, dass man die, nein dran. Es geht einmal nur darum, dass die Arbeiterbewegung, die du damals ja auch als Links eingeordnet hätte, hättest, die hätte man doch damals, ähm, die würdest du doch wahrscheinlich so auf Linie mit den Linken sehen. So. Die wurden ja ganz massiv von der NSDAP gefischt. Also, ergibt das doch irgendwie Sinn, oder nicht? Guck mal, ich bin, äh, Parabelritterlevel. Guckt euch das an. Das nehme ich als Lob an. Ich habe die FDP ist rechts und die NSDAP. Also, ne, nehme ich nicht als Lob an. Aber, aber, das ist gar nicht so schlimm, oder? Ja. Also, ich würde sagen, für Neidern ist wahrscheinlich Parabelritterlevel noch echt voll vertretbar eigentlich. Die NSDAP sind fucking Nazis. Die bin ich einfach selber schuld. Ich hätte verstehen müssen, dass die NSDAP antifaschistische Aktionen gegen die FDP gestartet hätte, ne, und gegen die, gegen die FDP vorgegangen wäre. In meiner unendlichen Ungebildetheit habe ich das leider nicht verstehen wollen. Ja. ist das, aber ich glaube, weißt du, da, 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 12, ich brauche mal ne Pause na etan. Nimm das Fiebertraum, Trinidad und Tobago. Ich mein, 1000 Euro pro Monat kriegt jeder von uns zusammen. Lutscher, von mir aus gehender von 650 Euro für Miete weg. Also 200 Euro im Monat wirst du ja auf jeden Fall haben. Und, ja gut, da musst du eben Essen von bezahlen. Sagen wir, 10 Euro pro Tag für Essen mit dem Kotner etanbares sparen. Das wäre dann, ja, das wären dann 300 Euro. Also wenn du nur 1000 Euro im Monat machst, dann würde ich dir empfehlen, mehr zu machen. Ja. Ein panisches Satzzeichen, das den Beginn eines neuen Teils anzeigt. Also es wird einfach auch Leuten sagen, die nicht genug Geld haben. Hier schreibt gerade einer bei Nathan in den Chat, Freiheit für Deutschland. Das wird safe gelöscht. Aber es ist auch irgendwie mit diesem Symbol, was soll das aussagen? Macht einfach mehr, Geld, ne? Das ist auch immer ein guter Tipp. Welcher Server war bei New World nochmal? Kronos mit K am Anfang. Das sind wir vielleicht auf einem zu simplen Level. Nicht rechts gegen links, sondern vielleicht eher Mitte gegen Extreme. Eigentlich unbedingt. Also ich denke, ja. Mitte gegen Extreme. Während ja dann in der Darstellung muss ja die FDP ist ja rechts, die NSDAP... Nein. Hä? Wann habe ich das gesagt? Ich habe gesagt, FDP eher Mitte bis... Oder eher Mitte und gesellschaftlich eher links. Linker als die CDU zum Beispiel. Spektrum der Mitte versus Spektrum der Extreme. Und die Rechten und die Arbeiterbewegung wurde damals von der NSDAP geangelt. DRP in der Mitte und dann das linke Extrem ist die Linkspartei wahrscheinlich, ne? Nehme ich mal an. Das, Leute, passiert, wenn eure gesamte politische Bildung aus Reddit-Threads mit politischem Kompass gekommen ist. Genau. Ich habe legit nicht mal Reddit. Oder habe ich Reddit? Keine Ahnung. Ich schaue Reddit nicht rein. Genau. Also das kommt da dabei raus. Also wirklich. Extreme sowieso, weil ohne Extreme hast du im Endeffekt keine Gewalt. Wenn sich jeder irgendwie miteinander regieren kann, dann gibt es ja keinen Grund im Endeffekt für den richtigen Kampf. Also das heißt... Aber nee, weil du gerade meintest, hier mit... Nein, nein. Nein, die NSDAP ist nicht links. Die hat auch keine linken Touch oder irgendwie zur Hälfte links oder so. Es geht darum, dass sich Linke haben von der NSDAP fischen lassen, weil Extreme Linke Angst hatten, dass das Land untergeht, genau wie extreme Rechte. Und das war halt damals so, dass es gab wenig Mitte und alle hatten Angst, dass das Land untergeht und dann hat man gesagt, ja guck mal, hier kommt euer Retter an. Er sorgt dafür, dass unser Land nicht untergeht. Wir wissen nicht, wer er genau ist, aber sonst geht es definitiv unter. Wenn wir jetzt nicht jetzt was verändern, dann geht es definitiv unter. Und dann hat man gesagt, ja okay, wenn es sonst eh untergeht, nehmen wir ihn halt. Wenn du, wenn ihr mich fragt, ist das, ist das ganz simplifiziert, gar nicht so, ähm, gar nicht so weit davon entfernt. Brauchst du irgendjemanden, der extrem ist? Also ich, ich habe, ich tue mich schwer, jetzt irgendwie zu sagen, Linke wäre näher an der NSDAP als die, als die FDP, aber vielleicht ist es tatsächlich ein Punkt von, doch, doch, ich glaube, ich glaube, der Arschschmidt hat da schon recht, die Linken, die sind nämlich näher an der NSDAP, weil die ist nämlich im Kern quasi auch, die hatten so ein bisschen Bauchy Bauchy mit den Judengefühlen, aber ansonsten waren die schon auch Sozialisten, ne? Bist du in der Mitte? Ja. Nämlich in dem Bereich? Einfach normalste Diskussionen auf Twitch, ne? So einfach normalste Diskussionen, kennt man. Ja. Du dich mit dem System abfinden kannst oder bist du in den Extremen, wo du das System unbedingt umstürzen willst und dann wärst du vielleicht näher dran, weil das ja damals das System umgestürzt hat und das werden dann wahrscheinlich Leute fühlen, der das System allgemein ablehnen. Und dann das habe ich Nathan auch ziemlich gut erklären können im Gespräch mit mir. Können wir Nachtschmidt ganz kurz einen Shoutout geben, weil sein Name hier die ganze Zeit verunstaltet wird auf Nathan-Humor-Level. Aber ja, das ist es halt. Ich glaube, du kannst Extreme, du hast damals Extreme abholen können, die damals in der Gesellschaft natürlich stärker repräsentiert sind als heute, die gesagt haben, wir müssen das System umstürzen. Und die haben damals dann sich für die NSDAP eingesetzt. Ganz klar. Ja, Hugo möchte das System gerne erhalten, weil er einfach stinkreich ist. Das muss man auch hier als Hintergrundwissen nochmal hinzufügen. Nathan, ich sehe hinter deiner Antispeziesismus-Flagge selber die Privatschats durchscheinen. Du hast mehr Zuschauer auf Twitch als ich. Ich halte mir auch gerade ein, ich würde es für absolut schwachsinnig halten, wenn du die NSDAP quasi im Bundestag in die Mitte setzen würdest. Das würde ich auch nicht machen. Genau, genau das. Er würde sie wahrscheinlich nach links setzen. Genau das ist es. Ich würde sie eher nach links setzen. Ich tue mich schwer, sie nach rechts zu setzen. Ich würde sie eher nach links setzen. Wer sagt das? Aber ich glaube, weißt du, ich glaube, diese Debatte hier ist, ich hoffe, Karl schaut sich diesen Clip hier gerade an, wie wir hier sprechen. Das wäre lustig. Nee, Karl hat Wichtiges zu tun. Das macht dieser Minion davon, Karl. Er muss mit dem Bolschewiki die New World erobern. Das ist halt einfach legit, also Real Talk einfach um einiges sehr viel wichtiger, als sich diesen Quatsch da anzugucken. Aber das würde wiederum keinen Sinn ergeben. Wird die ganze Zeit markiert in deinem Chat, Mann. Ich weiß nicht, ob ich das lesen soll oder nicht. Läs ruhig mal. Ja, warte mal, was ist der Typ, der sich irgendwie am meisten darüber aufgeregt hat? Der Karl Pico. Eigentlich wollte ich nur hören, was Nachtschmidt zu seiner Aussage zu sagen hat, dass Nazis halt eh ja mittig zu sehen sind, aber kommt wohl nicht. Ja, okay, das habe ich ja gesagt. Ja, hast du doch eigentlich ganz gut gesagt. Aber habe ich vorhin ja auch schon. Ja. Ja, die waren eigentlich Sozialisten mit ein bisschen Bauch-in-Bauch-Gefühl gegen Juden, ne? Ja. Naja, nicht optimal ausgedrückt, habe ich ja auch, habe ich sogar im Gespräch mit Nachtschmidt gesagt. Aber ich glaube, in dem Punkt ist Nachtschmidt halt ein bisschen auf dem Irrweg oder halt auf dem Irrweg. Die Text-to-Speech war ein bisschen zu lang. Die Nazis sind jetzt nicht die bürgerlichen Mittel. Das ist auf einer zu theoretischen und mathematischen Ebene. Ich denke, der durchschnittliche Zuschauer hier versteht das einfach nicht. Wir sind einfach zu theoretisch mathematisch unterwegs hier. Wir denken hier einfach in Zahlen, Chat, in Zahlen und politischen Kompassen. Da kommt ihr nicht mehr hinterher. Ja, das kann einfach nicht jeder auf diesem hohen Niveau analytisch analysifizieren, so wie wir das hier gerade tun. Wenn ihr euch auch weiterbilden wollt und eine so intellektuell fortgeschrittene Diskussion führen wollen könnt, dann müsst ihr euch auch auf Reddit anmelden. Ich hab nicht Reddit. Warte mal, hab ich die Reddit-App? Lass mal ganz kurz schauen. Reddit. Ja, hab ich. Okay, gut. Gut zu wissen, wusste ich auch nicht. ...zuhörer kann aus der Aussage nichts mitnehmen. Und versteht die komplett falsch. Ja. Also, ich glaub, auf Twitch, die so zu äußern, ähm, ergibt nicht besonders viel Sinn meiner Meinung nach. Ich glaub, ich sollte mir überlegen, was... Die denken halt wirklich... Ich glaube, ich glaube, ich bin... Das war die diplomatischst ausgedrückteste Aussage, die ich je in meinem Leben formuliert habe. Die sind die unfassbaren Five-Hats, ne? Das denken die halt wirklich, ne? Das muss man... Das denkst du auch, ne, Alter, an. Ich mach rein, du. Ich glaub mal wirklich, die sind die unfassbaren Five-Hats. Was glaubst du selber? Die Sachen einfach unvorheringenommen und neutral beurteilen. Mathematisch! Ich hab doch selber gesagt, dass Mathematik in dem Sinne keine Relevanz hat oder dass man das nicht mathematisch betrachten kann und das keinen Sinn ergibt. Hab ich selber gesagt. Warum ich das überhaupt sage? Also welchen Effekt würd ich da... Politische Theorie 0,5 Semester. Wenn du an die Uni gehst und irgendein dieser Sätze... Du studierst Politikwissenschaften im ersten Semester und du droppst irgendeinen dieser Sätze, der da gefallen ist. Die werden dich einfach nur fragen, wie du dein Abi geschafft hast. Die wollen... Also es wird einfach nur gefragt... Also sagen sie mal... Sie wissen schon, Abi brauchen sie eigentlich schon für das Seminar hier. Haben sie das auch wirklich? Ich müsste, glaub ich, tatsächlich... Ähm... Ich müsste... Also ich... Dann studier ich tatsächlich äh... Von mir aus nur dafür, dass Naita mir noch zuhört, dann irgendwann die... Die... Äh... Ähm... Studier ich irgendwann tatsächlich Politikwissenschaften. Einfach nur, damit mir Naitan zuhört. Wirklich? Sind sie sich sicher? Wollen sie nicht vielleicht noch mal gucken? Genau. Der Effekt, den ich damit erreichen würde, ist eigentlich... Äh... Leute darauf hinzuweisen, dass nur weil du links bist politisch, heißt das nicht, dass du, äh... das Gutsein für dich gepachtet hast oder so. Du kannst genauso schnell abrutschen und dumme Scheiße machen, einen autoritären Staat aufbauen und wir sehen ja die Züge dazu. Also... Wir brauchen da keinen großen Sprung mehr. Ich hab mir jetzt ganz intellektuell anaphylaktisch Gedanken darüber gemacht und es macht auf jeden Fall Sinn. Diese Text-to-Speechs, warum macht der bei jedem Ding... Warum? Kommt immer irgendein Text-to-Speechs mit irgendeinem Witz, der irgendwie immer noch der gleiche ist? Finde ich gut, dass du dir jetzt an... äh... Aber pass auf, du wirst es nicht schaffen, weil es einfach zu mathematisch ist, ne? Mathematisch ist das mit Zahlen und so, Chat, das kennt ihr nicht. Dann funktioniert das so mit Zahlen und das machen wir hier gerade, wir rechnen das. Das könnt ihr nicht, Chat. Ihr kommt da nicht hinterher. Ja klar. Es ist ja nur... Übrigens, es gibt doch Coping-Lachen. Ich glaube, das ist gerade Coping-Lachen, weil ich sonst heulen müsste. Welches Humor-Level ist das? Ich meine, wie gesagt, ich glaube halt, die Extreme sind irgendwie gleich. Die Extreme wollen beide den... äh... Kyle Pico hat es auch schon eingesehen, ne? Ja, sorry, ich bin zu dumm. Ja, er hat es einfach verstanden. Er hat sich jetzt auch einfach in sein Schicksal gefügt, dass er bei diesem hohen Politikwissenschaftlichen äh... Nivea nicht mehr... nicht mehr beikommen kann. ...Status-Quo umhauen beziehungsweise zerstören. Das gibt ja... Rechtsextreme und Linksextreme. Und dementsprechend... Ich fand ja auch Hugo, als ich mit Hugo geredet habe, äh... und er meinte, die Rechten haben ja gute Punkte und ich in der Gefahr nenn mir bitte mal einen und den mir fucking keinen einzigen nennen konnte, da... Ich glaube, Neitern, für dein Weltbild hat nur Rechte tatsächlich nicht einen guten Punkt. Und weißt du, woran man das erkennen kann? Das erkennt man daran, dass du... Also, oder weißt du, warum das so ist? Es liegt daran, dass Neitern im politischen Extrem steht. Beziehungsweise im... Beziehungsweise eine... eine absolute Meinung hat. Alles andere ist objektiv betrachtet falsch. Es gibt keine guten Punkte von rechts. Alles ist nur links und gut, was er für links und gut befindet, weil es gibt ja durchaus Linke, die auch nicht mit Neitern übereinstimmen. Ähm... Ja... Außerdem, keine Ahnung, so Hamasfeiern und so ist auch links. Habe ich auch schon direkt festgestellt, der Mann weiß einfach, wovon er redet, ne? Glaube ich auch an dieses Hufeisen und viele sagen, dass es widerlegt und so weiter. Vielleicht ist es ja im Moment eher in eine Richtung... Ne, 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 das Hufeisen, da sagen nicht viele, dass das widerlegt ist, das sagt die Politikwissenschaft, dass das Hufeisen Unsinn ist. Die Hufeisentheorie wurde sich von Rechtspopulisten und Rechtsextremen ausge... Nenn doch mal den guten Punkt. Äh ja, ich feier das und das und das sagt auch ein Rechter. Nein, ich habe doch vorhin erklärt, dass ich nicht an eine hierarchiefreie Welt glaube. Im Kernpunkt rechts ist es ja so, dass man dass man Hierarchien für notwendig hält. Ich halte Hierarchien für notwendig. Das ist der Grund, warum ich mich nicht im linken Lager sehe. Gedacht, um das Overtorn-Fenster wieder weiter Richtung Rechtsextremismus zu verschieben und da ist Konsens in der Politikwissenschaft, dass es vollkommener Blödsinn ist. Vollkommener Blödsinn, weil Linksextremismus... Nathan hat auch immer den Konsens. Immer. Rechtsextremismus ist keine eigenständige Bewegung. Linksextremismus ist eine Bewegung, die eine Reaktion auf Rechtsextremismus ist. Gäbe es keinen Rechtsextremismus... Overtorn-Fenster ist by the way auch eine Theorie, tatsächlich, ja. Gäbe es auch keinen Linksextremismus. Linksextremismus ist sozusagen die logische Reaktion gegen rechte Gewalt. Genau. Geht auch immer nur in eine Richtung, nie andersrum. Das ist wirklich so... Das ist nur in die Richtung, ganz sicher. Rechte Gewalt aufzuhalten. Darum geht's. Und dann zu sagen, wenn wir hier ein Konzept haben, wo das eine aus dem anderen resultiert und einfach nur ein... eine... eine... eine Notwendigkeit ist, das Recht... eine notwendige Folge einer demokratischen Gesellschaft, einer rechtsextremen Bestrebung innerhalb einer demokratischen Gesellschaft, dann ist das auf gar keinen Fall gleichzusetzen. Das macht man nur, wenn man ein vollständiger Idiot ist. Das macht... Es ist so lustig. Also... Neitern sagt jetzt... sagt jetzt... Ich bin ein vollständiger Idiot, weil ich zu anderen Schlüssen gekommen bin als er. aber... Ich pachte doch für mich auch nicht den Anspruch der ultimativen Wahrheit. Ich kann ja auch mit Linken zum Beispiel kann ich gut reden. Ich sag nicht, ich geh jetzt mal in ein Gespräch mit einem Linken und bring dem was bei. Das mach ich nicht. Ich möchte verstehen, wie der Linke denkt. Und ich möchte drüber reden, warum der daran glaubt und ich nicht. Gleiches würde in einem Gespräch mit einem Rechtsaußenstehenden beziehungsweise Rechteren als ich passieren. Ich bring dem nichts bei und es geht nicht darum, dem meine Welt sich zu erklären und zu sagen, jetzt ist er richtig. Ich hab ihn von der Wahrheit überzeugt. Man kann aber vielleicht so über Themen reden und herausfinden, warum der andere so denkt, wie er denkt. Und mi, 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 gute Nacht. Schön, dass du dabei warst und viel Spaß noch. Niemand in der Politikwissenschaft. Aber ich meine, im Talk mit Gregors Politik, den man sich auch gerne mal angucken kann, hab ich heute bei Makusi gesehen, hat Hugo ja auch wirklich in in brillanter Manier zur Schau gestellt, dass er von Wissenschaft und wissenschaftlichem Arbeiten und wie wissenschaftliche Methode funktioniert, ungefähr so viel Ahnung hat, wie von den politischen Inhalten der NSDAP. Es gibt mehr rechtsextreme Gewalt als linksextreme Gewalt. Aber ich persönlich bin Fan vom System. Also ich glaube nicht, dass derjenige Das würde ich vielleicht sogar als Alert nehmen. Ich persönlich bin Fan vom System. Vielleicht sogar als das könnte man drüber nachdenken, ob man das als Alert bin. Aber wisst ihr, was mir gerade auffällt? Es sind ziemlich wenig Beleidigungen im Chat. Also Nathan hatte sich ja für die Beleidigungen nicht entschuldigt, aber Beleidigungen gegen mich werden gerade gelöscht. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Da muss ich sagen, das ist gut. Ich glaube, große Teile der Kritik gehen an Nachtschmidt nicht an dich. Glaube ich auch. Safe. Aber ich schaue es mir an, um es so ein bisschen einzuordnen. Nachtschmidt ist jetzt nicht unbedingt ein Freund von mir oder so, aber ich glaube, mit Nachtschmidt kann man noch reden. Und vielleicht ist das jetzt was, was Nathan schon wieder für unglaublich hält, aber ich glaube, mit Nachtschmidt kann man durchaus noch reden. Auch wenn der in dem Punkt meiner Meinung nach loste Sachen sagt. Der eine Revolution macht mit Gewalt zu was Besseres. Ich hier in meinem Schloss, ich bin schon ein Fan vom System, muss ich sagen. Wow, es kommt. Ein Fan vom System zu sein, klingt natürlich doof. Aber ich glaube, derjenige, der mit Gewalt eine Veränderung darin hervorruft, wird es meistens schon. Ist ein Alert, aber der muss, ich muss den dann irgendwie, da muss man doch irgendwie so, so wie er einfach in seinem Schloss sitzt. Würde ich schon feiern, Alert bei Nathan zu sein, oder? Auf so einem Haufen Gold sitzt in seinem fucking Schloss und einfach sagt, ich bin ja, ich persönlich bin ja eher Fan vom System. Ah, nee. Schlimmer machen. Ich glaube sogar immer. Ich habe ein Foto von Weihnachten gesehen, von seiner Familie auf Sag mal, Naita, möchtest du mich jetzt doxen, oder was? Sag mal, was sagst du jetzt über das Foto? Also ja, das ist auf meinem öffentlichen Instagram, aber ich weiß nicht, warum hebt man das ja vor. Das ist nur Atominem. Auf Instagram, die teilen da fucking alles auf Instagram, ne? Und dieser Geschenkeberg, der da unter diesem Baum in diesem Schloss gelegen ist, ne? Ich glaube, so viele Geschenke, wie da lagen, habe ich in meiner gesamten Kindheit nicht bekommen. Ist ein F***er. Ist jemand neidisch. Du weißt doch nicht mal, wie viele Personen wir sind. So fängt es mal an. Erstmal, ihr solltet mir bei Instagram folgen. Und zweitens, Naitan, du hast keine Ahnung, wie viele Personen wir hier sind. Also, ich kann dir garantieren, das kann ich euch auch sagen, es gibt mehr Personen, deren Geschenke, die da liegen, als Personen, die auf diesem Foto sind. Aber wie asozial ist es jetzt auf das Weihnachtsfoto mit den Geschenken zu gehen? An dem Punkt hat man inhaltlich kein Argument mehr. Fucking Mount Everest gewesen. Und ich wette, dass das nur die Geschenke sind, die sind sozusagen die Beigeschenke für den Audi oder den Porsche, der draußen vor der Tür steht. Das sind so die Geschenke, die man dann noch so ein bisschen zur Beschäftigungstherapie hat. Ja. Also, kurzfristig auf jeden Fall. Ob man dann die langfristigen Effekte damit irgendwie rechtfertigen kann, ist eine andere Frage. Natürlich, er tut so, als würde er selbst nicht vom System profitieren. Naitan ist großer Streamer. Natürlich hat der auch Geld. Der kann sich tausendmal so viele Geschenke kaufen, wenn er möchte. Ich persönlich bin ja auch Fan vom System. Ich glaube, im Moment wird es nicht mehr besser durch eine Revolution. Im Moment würde es, glaube ich, nur schlimmer werden durch eine Revolution. Wenn man sich die deutsche Gesellschaft anguckt, dann glaube ich, ist nach unten sehr viel Platz. Also, du kannst sehr tief fallen von dem, was man jetzt in Deutschland hat. Was Bürgerrechte angeht, was Freiheit angeht, was Wirtschaft angeht. sagen wir vielleicht mal, das nur nicht, aber ich glaube, 99,9 Prozent. Deutschland ist dafür zu weit oben. Im Moment. Also, hier lohnt sich halt Revolution gar nicht. Ich finde, Reformen, ja, okay. Das Problem ist halt, Bürokratie holt sich selber halt gerne auf. In einzelnen Teilen, aber in Gesamtheit das System umstürzen, wäre in Deutschland eine ziemlich schlechte Idee im Moment. Ja, wäre ein großer Verlust. Ein großer Verlust auch. Das klingt fast so, als wollte Neitha das System umstürzen. Ah. Ich weiß ja nicht, aber Verfassungsschutz hört zu, Neitha. Ach nee, tut er nicht. Aber Neitha, du sitzt nicht in Irland. Also, bei Karl hört er tatsächlich nicht zu. Bei dir könnte er vielleicht mal zuhören, wenn er Lust hätte. Und ich... Klingt ironisch. Ja, 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 klar. Ich gehe nicht aufs Level. Ich finde nicht, dass Neitha vom Verfassungsschutz beobachtet werden müsste. Aber es ist schon ein Wildertake. Ich weiß nicht, vielleicht... Vielleicht habe ich so Bock, das Linken vorzuhalten, dass die NSDAP in Teilen von ihnen gar nicht so weit entfernt war. In Teilen. Ja, weil die Hitlerjugend war eher ein linkes Ding. War nicht so ein rechtes Ding. Das hat mich auch einfach komplett schockiert, das Argument. Und da musst du ja auch einfach einsehen, da ich ja auch die Hitlerjugend selber betreibe, dann ist mir klar geworden, stimmt. Stimmt. Hat da eigentlich recht, ne? Ich mache auch eine Hitlerjugend. Hm? Hm. Einfach nur, weil ich den Wind aus dem Segel nehmen will oder so. Also ich will nicht... Naja. Dieses hohe moralische Ross quasi, wir sind für das Gute und deswegen dürfen wir das und das und das... Ich glaube, wir... Ja. Hier haben wir das, was ich eben gesagt habe. Naja, Hugo, du wärst natürlich auch kritischer, wenn deine Familie arm wäre. Da... magst du recht haben, natürlich. Ein Bias ist immer drin. Das habe ich nie das Gegenteil behauptet. Safe. Ähm, allerdings, wäre ich auch dann... Also, ich sage so, mir geht's gut. Ich habe jetzt nicht fünf Provatschats hier, auch wenn Snyder ihn gerne so darstellt. Mir geht's aber gut. Wenn ich jetzt wirklich in Armut leben würde, oder generell in Armut leben würde, wäre ich wahrscheinlich auch dem System gegenüber kritischer. Aber ich wäre wahrscheinlich auch nicht ein Fan von einer Revolution mit Gewalt. Darum geht's. Marginalisierte Gruppen dürfen keine Moral anwenden, dann wird es sofort umgedeutet zu einem hohen moralischen Ross. Wenn marginalisierte Gruppen sagen, es gibt einen moralischen Anspruch auf Gleichberechtigung, dann gibt es sofort... Ich habe nur vier Privatschats hier, exakt. Die Keule mit dem hohen moralischen Ross. Marginalisierte Gruppen sollen Bittsteller sein und sollen auf gar keinen Fall ihre Rechte einfordern. Das ist der Kulturkampf. Kulturkampfblödsinn. Ich glaube, wir als Mittigstehende sind definitiv mindestens mal genauso weit von der NSDAP entfernt. Also ich glaube, wir haben... Hm? Okay, also ich zeichne gerade den Arc nochmal nach. Ich zeichne gerade den Arc nochmal nach. Die NSDAP ist mittig. Nein. Wann habe ich... Das hat Nachtschmied gesagt, nicht ich. Hm? Die Mittigen sind von dem Extrem entfernt. Das war eigentlich mein Punkt. Und ich habe nie behauptet, dass das eine gute Aussage war. Oder? Habe ich Nachtschmied nicht sogar explizit darauf angesprochen und gesagt, finde ich nicht so. Fühle ich jetzt nicht so die Aussage. Habe ich das nicht sogar explizit gemacht? Am weitesten von der NSDAP entfernt ist die FDP. Dann sagt Hugo, ich mag die FDP. Hm. Und dann sagt man am Ende, man wäre aber beide mittig. Wo ja auch die NSDAP ist. Laut deren Aussage. Das war jetzt so. Bist du schon mal in einem Privatchat geflogen? Sag mal Leute, was denkt ihr von mir? So viele Subs habe ich dann doch nicht bekommen. Nein, ich bin noch nie in einem Privatchat geflogen. Was ist das für eine Frage? Guck mal, und da kommt schon Prime Sub rein. Das ist eine komplett dumme Aussage. Wer ist die Frau da? Auf Stufe 2. Mit wem redet der Typ? Oh. Hey. Da raid, ne? Real, du gehst süß mit 95 Viewer. Da raidet Realtalk ist das rüber. Die, die, ähm, die Fascho-Community, wie Nathan sagen würde. Ähm, wir reagieren hier gerade auf Nathan, der auf mich reagiert hat, wie ich mit Nachschmied ein bisschen philosophiere, könnte man sagen. Und, genau, Realtalk ist süß. Genau, die haben geradet. Sozusagen der Arc, der jetzt hier in den letzten Minuten passiert ist. 13, 12, Nathan, wie viel kostet es, diesen Schwachsinn zu skippen? Mein Gehirn fängt langsam an, zu kribbeln. Wir sind gleich fertig. Glaube ich. Hoffe ich. Äh, genau. Äh, Realtalk ist süß. Genauso. Also, das war jetzt der Arc, ne? Und man merkt nicht, dass man gerade vielleicht ein bisschen so, Wann habe ich gesagt, NSDAP ist mittig? Wann, Nathan? Ich habe gesagt, die haben sich bei beiden, die haben bei beiden Extremen gefischt, habe ich gesagt. Wenn ich sage, die fischen bei beiden Extremen oder haben damals bei beiden Extremen gefischt, was nachgewiesen ist und ich mich als mittig empfinde, bin, wäre ich dann von denen gefischt worden, ja oder nein? Nathan? Hattet ihr beide einen schönen Stream? Habe ich ganz vergessen zu fragen. Wir sind hier gerade so tief drin. Hattet ihr einen schönen Stream? Äh, äh, möglicherweise, wenn man sagt, man ist am weitesten entfernt von der NSDAP, aber die NSDAP ist in der Mitte und man selber ist auch in der Mitte. Wann habe ich das gesagt? Dass das vielleicht jetzt nicht so zu Ende gedacht ist, um es mal nett zu formulieren. Das hat halt mit denen gar nichts zu tun und wir hätten die damals auch nicht gefeiert. Ey, wir hätten die damals nicht gefeiert. Inwiefern war die NSDAP in Teilen links? Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die haben im linken Lager gefischt. Da mache ich einen Unterschied. Die Arbeiterbewegung damals hat sich auch in Teilen mit der NSDAP solidarisiert. Das ist passiert. Die haben Menschen von der Arbeiterbewegung, die ja schon, ich würde mal sagen, links ist, ähm, abgefangen. Natürlich. Es gab auch Leute in der NSDAP, die, ähm, die versucht haben, da Arbeiterrechte durchzusetzen. Und das ist das, was ich meine. Die haben am linken und am rechten Extremlager gefischt. Aber ich als mittigstehende Person wäre damals am wenigsten gefischt worden. Und deswegen verstehe ich auch diesen Vorwurf immer wieder nicht. Ja. Heier doch mal nicht die NSDAP jetzt einfach. Ich habe das Gefühl, ein Karl ist näher dran als ich. Karl ist echt eh recht autoritär. Ja, weil Karl ist nämlich links und die NSDAP auch links mittig. Karl ist links. Der Punkt ist diskutabel. Wo ja auch die beiden sind und ja auch in der Mitte und deswegen ist ja auch, ich komme nicht mehr so. Ich habe ein Riesenproblem mit Autorität. Ich habe ein Riesenproblem mit Uniformität und ich finde, Moment mal, also eben wurde noch der Anarchismus abgehatet und jetzt hat man auf eben, jetzt hat man auf eben, auf einmal ein Riesenproblem mit Autorität. Nein, Anarchismus funktioniert nicht und weil eine Anarchie dazu führen würde, dass sich Leute gegenseitig abschlachten, ist das keine Option, die offen steht. Das Problem ist, Neitern glaubt ja an Kommunismus und Anarchie. Das tue ich nicht und das tut Nachtschmidt auch nicht. Dementsprechend passt das in unserem Weltbild, aber in Neiterns nicht. Und so ein ganz klein bisschen die Vibes gibt es mir immer, wenn die alle die ganze Zeit salutieren hier und ihre Sonne anhimmeln. Das gibt mir so ein ganz klein bisschen diese Das gibt mir so ein ganz klein bisschen genau diese Vibes. Gleichheit nur so lange sinnvoll, wie man nicht zu sehr gegen die menschliche Natur ankämpfen muss, um die Ziele zu erreichen. Ja. Weißt du, ich finde Gleichheit nur sinnvoll, wenn man nicht zu sehr gegen die menschliche Natur ankämpfen muss, um diese Ziele zu erreichen. Schmerzen, Hugo, weil sein Zuordnung aus dem Perluniversum sein muss. Ja, Schmerzen kann ich nachvollziehen. Ich würde sagen, Neitern ist eine Stufe 2. Kappa. Hugo stimmt zu. Kulturkampf. Die menschliche Natur ist das Normale, die Mitte, das, was man kennt, und die marginalisierten Gruppen kämpfen gegen die menschliche Natur an. Und damit sollen sie aufhören. Und sie sollen aufhören, das mit Moral einzufordern. Das ist fucking genau das, was ich eben beschrieben habe. Hier in einem Beispiel für euch nochmal dargestellt. Das ist die Tyrannei der Mitte. Die wollen, also die sind nicht in der Mitte, aber es ist sozusagen die Tyrannei dieser antivokrechten Bestrebung. Ah, okay, jetzt bin ich anti-voke und rechts auf einmal. Ey, ich habe mich noch nie rechts genannt, aber woher Neitern das jetzt nimmt? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe gesagt, dass ich nicht links bin. Aber explizit rechts bin ich auch nicht. Die sagen, unterwerft euch unter unsere Mehrheitsdiktatur. Mehrheitsdiktatur, die würde man doch eigentlich Demokratie nennen oder verstehe ich das gerade falsch? Von wann ist der Talk? Von vor vier Tagen, glaube ich. Ja, ich bin jetzt ein Fascho. So, never mind. Ich sage jetzt einfach, jetzt bin ich das einfach. Ich kann auch nichts dagegen tun. Neitern hat mich eingeordnet. Gestern, nee, nee, der Talk mit Nachtschmied ist von vor vier Tagen, oder? Oder wir erzählen euch, ihr habt diese Rechte schon. Das sagen wir euch einfach. Also das von Neitern ist von gestern. Das von Nachtschmied, also der reagiert ja auf mich, das ist vier Tage alt. Ach, und ihr müsst es dann schlocken? Ich habe Pech. Ich bin jetzt einfach Faschist. Da kann ich auch nichts gegen tun. Neitern hat mich eingeordnet. Du dürft nicht mit einem moralischen Anspruch wieder der Natur, wie er es hier ausgedruckt hat, eure Rechte einfordern. Ich habe die Scheiße einfach dekodiert. Es ist wirklich so dumm. Es ist wirklich einfach so dumm. Was ich meine, also gewisse Ungleichheiten wird es halt immer geben. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, ich glaube, darüber könnten, hatte ich ja auch schon ein paar Talks geführt. Lass vielleicht nochmal einen längeren Talk machen, vielleicht dann auch mit Facecam oder so, wenn wir vielleicht auch beide streamen. Das ist jetzt gerade noch aktuell in der Reaction für YouTube drin, was wir hier machen. Aber auf jeden Fall ganz spannend, was du hier nochmal zu sagen konntest. Vielleicht werden jetzt einige das hier wieder irgendwie auf Krampf nicht verstehen wollen und so weiter. Naja, ich habe es nicht durchblicken können. Das war mir einfach zu kompliziert. Nein, aber wir sind ja jetzt auch gleich durch, aber Nathan hat nicht verstanden, was wir sagen wollten. Und ich glaube, dass er es eigentlich versteht. Er muss ja nicht mal übereinstimmen, aber er soll es immerhin auf dem Level angreifen, dass er das angreift, was wir sagen. Wo gemeint Badface, genau. Ich habe einfach wahrscheinlich, ich habe einfach die dritte Dimension nicht gesehen vom Kompass. Nathan, Nathan, du musst einfach sehen, der Kompass hat nicht nur die Links-Rechts-Dimension, sondern ja auch die Autoritär-Libertär-Dimension. Nathan, das hast du nicht verstanden. In deinem kleinen, nicht mathematischen Gehirn. Aber danke auf jeden Fall, dass du reinkamst. Also schaut bei Nachschmied vorbei, ich werde es, wenn ich dazukomme, auf YouTube verlinken. Und ja, was ist denn Mitte für dich? Das ist eine Frage, die man immer wieder stellen muss. Ich würde sagen, Mitte bin ich, weil ich sage, linke und rechte Position sind beide wichtig für eine Demokratie. Das ist, glaube ich, so ein ganz guter Punkt, der die Mitte ausmacht und dass ich bei beiden Punkten, bei beiden Punkten prinzipiell Thesen finde, die ich gut finde. Ich halt selten das absolute Glaube und alles irgendwie ziemlich viel in Graustufen sehe, was halt doof klingt, aber letztendlich für mich einfach so ist. Die Aussage von Karl, der hat es halt auf Krampf nicht verstanden. Man kann ja... Karl hat zu der Aussage von Nachtschmied oder Arschschmied, wie er sich ja vorgestellt hat, inhaltlich überhaupt nichts gesagt. Der hält das für lustig, den Arschschmied zu nennen. Dazu inhaltlich was zu sagen, ist auch eigentlich wirklich ziemlich albern. Karl hat sich einfach ein bisschen ausgelacht. Das ist wirklich... Das ist so... Weiß ich nicht. Ja. Ich glaube, hier bin ich auch in den Chat gekommen. Hier, da. Da ist mein Name, genau. Und gleich im Anschluss haben wir noch geredet. Da habe ich mit Naitan noch dann einen Talk gehabt. Den werde ich abfilmen und auf YouTube stellen. Ich hoffe, Naitan strikt mich dafür nicht weg, aber ich schätze, das geht klar. Nur den Teil, wo ich drin war. Es ist so unglaublich low, dass es halt da in inhaltlicher Diskurs von vornherein, egal, also wenn du den inhaltlichen Diskurs annimmst, bei solchen unglaublich dummen Positionierungen, du diesen unglaublich dummen Positionierungen einen Funken Legitimität verleihst, weil du so tust, als müsste man das diskutieren. Jo, Mitglieder der NSDAP mussten ebenso die Toilette besuchen und gelegentlich Nahrungs zu sich nehmen, wie Mitglieder der KPD es tun mussten. Das war es dann auch mit den Gemeinsamkeiten. Der Chat ist einfach schlauer als die beiden. Der Chat ist einfach Leute, ihr seid schlauer als ich. Hier oben, da sind die Leute, die smart sind. Und Kalpiko schreibt, es bleibt einfach dumm, Nazis als etwas anderes, als Nazis zu bezeichnen. Wirklich, die haben wirklich einfach einen Chat. Die haben einfach einen Chat. Das ist ja fast so, als hätte unser Chat mehrere Meinungen. Das ist ja unglaublich. Naitan, kennst du nicht, dass dir der Chat widerspricht? Weil du dem nachlaberst, ja. Aber es ist ja fast so, als würde mir der Chat auch mal widersprechen. Schrecklich. Das ist für Naitan was ganz Neues. Der um einiges voraus ist. Der, der, das muss man sich einfach mal überlegen, das hinzubekommen, einen Twitch-Chat zu haben, der einen so dermaßen outclassed, was, was politikwissenschaftlichen Diskurs angeht. Wobei das ja mit Politikwissenschaft ja nichts zu tun hat, aber was sozusagen einfach mal die logische Argumentation angeht. Ja, anderer Meinung sein. Man kann das ja inhaltlich angreifen, aber was Karl gemacht hat, das war einfach auf Krampf nicht verstehen. Ja, der Chat will es auch auf Krampf einfach nicht verstehen, ja. Ich würde verbieten, nur weil sie so eine Meinung äußern, ist halt auch ein bisschen wild, kann man sich auch wieder fragen, wie man das einordnet. Sorry, da muss ich dir widersprechen, wir widersprechen dir nie. Ja, okay, never mind, dann stimme ich euch mal zu. Auf den politischen Kommen. Ja. Ich glaube, die beiden, da muss man nicht verbieten. Die muss man einfach, wenn wir, wenn wir eine linke Utopie haben, eine Gemeinwohlökonomie, dann kriegen die einfach alles, was sie benötigen für ihre Bedürfnisse. Ähm, und die können ja dann auch weiter streamen und so. Hä, Nathan, ich dachte, ich wäre so krass reich. Ich dachte, ich hätte alles, was ich brauche. Also musste ich jetzt schon entscheiden, bin ich jetzt reich, habe ich noch nicht alles, was ich brauche. Erklär es mir. Wenn, wenn wir auf der Ebene argumentieren, dann musst du auch weitermachen. Spekulier bitte noch ein bisschen. Kann man halt ein bisschen dann als Entertainment sehen, so. Weiß ich nicht, muss man nicht verbieten. Lass mal was so stehen. Ich bedanke mich. Wünsche dir noch einen nice Stream. Kann man einfach so ein bisschen kaspern, ein bisschen rumkaspern. I not. Ja, danke. Ja. Hau rein, Baba. Ich schreibe hier Danke. Baba, hau rein. So. Ja. Äh, geil. Der normalste Talk, den ich je gesehen habe auf Twitch. So. Ich habe ja gesagt, dass es Stufe... Ich habe nie gesagt, dass das irgendwie der normalste Talk ist. Ich habe gesagt, wir talken jetzt, weil ich die Aussage von Nachtschmidt auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Und ich habe ihm in vielen Punkten widersprochen. Ich habe es nur auf eine halbwegs freundliche Art getan. Stufe 3 von Wild. Ähm. Ihr könnt jetzt mal nach... Übrigens, das ist über Leon Lovelock hier gewesen. Das war über Leon Lovelock. Und Leon Lovelock wäre eine 1 im Vergleich. Also ganz ehrlich, wenn... Wenn... Wenn wir wirklich diese 3 Stufen anwenden wollen, dann bin ich maximal mit meinen schlimmsten Aussagen eine 1. Ich komme nicht mal aufs Level von einer 2. Ich bin ja... Ich bin ja... wirklich noch gemäßigt. Leon 1,5. Ach so, ja, stimmt. Ach, wirkend beurteilen. Was war es? 1, 2 oder 3? Was denkt ihr? So, und hier habe ich ihn dann gleich nach dem Gespräch gefragt. 13, 12, 13, 12, 4, 4, 4, deutlich mehr als 3, 2, 2,5, 4, 4, 9, 2. Ich glaube, ihr versteht das Skalenniveau von 1 bis 3 nicht so gern. Oh, ein paar schreiben auch 2. Ja, sie glauben, es geht noch wilder, ja. Ich glaube, auch der Eindruck könnte sein, dass es nicht so wild war, wie ihr es vielleicht wahrgenommen habt, weil ich halt wirklich mich zen-mäßig konzentriert habe, nicht völlig auszurasten, ne. Also, es ist halt... So, und hier habe ich geschrieben, Ed Neidhan, wollen wir kurz drüber reden? Das habe ich hier im Chat geschrieben. Und wir gehen auch ganz kurz rein, bis ich dazu komme. Diese Dummheit, die ist schon... Ich habe dann gleich mit ihm geredet. Da wird man schon ein bisschen wütend, ne, mitunter. Ach, das ist ja Hugo. Wollen wir kurz drüber reden? Warum nicht? Komm rein. 13, 12. Es liegt nicht in Chaos, wenn andere was anderes behaupten, haben sie einfach unhaltlich zu begegnen. Nur weil die beiden ihrem Anspruch nicht nachkommen, einmal in ihrem Leben ein Buch aufzuschlagen zu den Themen. Oh, bei dieser... Ich glaube, es gibt Bücher, die auch dir nicht gefallen. Also, muss ich ja wieder die richtigen Bücher lesen. auf endlich reden wollen. Aber, aber Hugo, wir machen das mathematisch, ne? Wir machen das mathematisch. Solange es nicht pädagogisch ist, Naitan, mein Bester. Solange es nicht pädagogisch ist. Ich hatte nur Ton. Musst du einfach in irgendeinen der Sprachkanäle auf meinem Discord gehen. Ich habe ihn angerufen. Guck mal, bei der Chat beleide ich noch gar nicht. Das ist unfassbar. Ich sehe hier kein... Keine Beleidigung stand jetzt. Die moderieren beinahe. Du rufst an? Ey, Moment. Hallo? Hallo? Grüß dich. Hallo, Naitan. Was geht? Ja, ich habe gerade ziemlich das wildeste Gespräch gesehen, was ich auf... Ich habe gesehen, der Talk ist mir so gefallen. Ja, das war so ziemlich das wildeste, was ich bisher dieses Jahr gesehen habe auf Twitch. Ungefähr, ja. Ja, voll verständlich. Also, erstmal muss man natürlich sagen, ich habe die Aussage von Nachschmidt ja auch kritisiert. Die hat in dem Sinne natürlich nicht so viel Sinn ergeben, weil man Politik nicht rein mathematisch sehen kann. Also, nur weil da im linken Lager halt teilweise bei der Arbeiterbewegung, bei den Radikalen auch gefischt wurde, macht das natürlich die NSDAP an sich nicht links. Oder... Die hatte aber auch keine linke Wirtschaftspolitik. Nee, aber es wurde zumindest unter den linksradikalen Arbeitern auch nach Wählern gefilmt. Na, man hat sich sozialistisch genannt, weil man Wähler von der KPD abgreifen wollte. So. Den Talk, Leute, lade ich noch auf YouTube hoch. Ich werde diesen Ausschnitt mir nehmen und auf YouTube laden. Solange könnt ihr gerne hier schon mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr das gerade bei YouTube seht. und diskutiert gerne in den Kommentaren über das Thema. Den Talk mit Nathan lade ich noch hoch auf YouTube. Den könnt ihr dann die Tage dort sehen. Auch an alle hier auf Twitch. Kommt auf YouTube. Ey Hugo, ich will das sehen. Ich lade es noch hoch. Ich werde es jetzt noch abfilmen und hochladen. Genau. Schaut bei Twitch vorbei, wenn ihr gerade auf YouTube schaut.